Hallo, liebe Mystery Freaks! Vor diesem Podcast eine kleine Warnung. Es werden die Themen Suizid und Abtreibung behandelt. Falls dies ein Problem für euch darstellt, beziehungsweise ein gewisses Unbehagen birgt, kann es sein, dass euch dieser Podcast nicht so ganz zuspricht. Wir haben Nummern für Hilfesuchende in der Videobeschreibung eingefügt. Und nun viel Spaß beim Podcast über Nahtoderfahrungen. Hallo Mystery Freaks und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Ihr durftet erneut über das aktuell behandelnde Thema abstimmen und habt euch dabei mehrheitlich für das Thema Nahtod entschieden. Ich, Carolina, interessiere mich auch sehr für das Thema und habe dahingehend schon einige Bücher gelesen, aber mein Bruder ist in der Materie tatsächlich doch noch versierter, weshalb er hier in diesem Podcast auch überwiegend darüber sprechen wird. Hallo, guten Tag. Na, wie geht's? Ja, genau. Ist ein großes Thema. Ich freue mich. Wir freuen uns. Und ja, mal sehen, ob wir heute alles abdecken werden, was dieses Thema anbelangt. Ich glaube nicht. Aber schauen wir mal. Genau, meine Schwester wird da ergänzend noch was dazu sagen und werden unsere Gedanken dazu teilen. Aber ihr wisst selber, wie groß das Thema ist. Genau. Und wir wollten gerne chronologisch so ein bisschen vorgehen. Das bedeutet, wir erzählen erst mal ein bisschen aus der Vergangenheit. Wo kommt es her? Wie und was und wo? Und weshalb? Warum? Und dann auf die aktuelle gegenwärtige Situation und auch Theorien dazu beschreiben. Außerdem wollen wir noch einmal anfragen, ob jemand von euch etwas derartiges schon erlebt hat. Nahtod, Astralreisen und vielleicht sogar darüber berichten möchte, mit uns in einem weiteren Podcast. Das wäre doch noch mal was ganz Aufregendes und Neues. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn jemand sich von euch da vielleicht meldet. Ihr könnt euch per E-Mail bei uns melden oder auch hier einfach einen Kommentar hinterlassen bei diesem Podcast. Und dann würden wir mit euch gerne in Kontakt treten. Und dann vielleicht ist die nächste Folge sogar schon mit euch. Ja, da würden wir uns doch sehr drüber freuen. Gerade wenn man als betroffenen Person darüber redet, ist es ja doch noch mal was ganz anderes. Behaupten wir mal, oder? Ja. Gut, dann wollen wir beginnen, Schwester Herz. Genau, also mein Bruder wird da wahrscheinlich die meiste Zeit, weil er sich sehr gut auskennt in dem Thema, reden. Und ich übergebe jetzt auch wieder das Wort an ihn. Also, ja, wie wollen wir so ein großes Thema beginnen? Am besten fangen wir einfach ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte an. Ich denke, das ist ein guter Startpunkt, weil man könnte natürlich auch anfangen in der gegenwärtigen Situation, wo ja auch klinische Bereiche jetzt eröffnet werden, gerade in der neuen Medizin, um das Thema, ja, wissenschaftlich zu betrachten und nicht mehr so verächtlich. Aber wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, merken wir, dass es stetiger Begleiter der Menschheitsgeschichte ist, dass Menschen im Kontext ihrer Aufnahme, ihrer Interpretation ihrer Umwelt auch schon Nahtoderlebnisse erlebt haben. Natürlich ist es schwierig, so etwas zu interpretieren in Form von Bildnissen. Schriftstücke, ja, gibt es ja erst seit kürzester Zeit im menschheitlichen Geschichtskontext, muss man sagen. Aber auch schon in Höhlenmalereien ist ersichtlich, dass durch, man nimmt an, psychodelische Drogen und aber auch Nahtoderlebnisse, die sich die Menschen damals gar nicht so richtig erklären konnten, auch durch Bildnisse an Höhlenmalereien wiedergespiegelt haben, was sie denn eigentlich da erlebt haben. Und da ist halt sehr ikonisch, und das werden wir halt in Form dieses Podcasts auch schon noch öfter immer wieder sehen, das wird ein wiederkehrendes Bild sein, eine Person, ein menschlicher Umriss, eine Gestalt in einem tunnelartigen Gebilde. So, welche Malereien gibt es nämlich? Gefunden in Nordamerika beispielsweise. Wie gesagt, das muss man hineininterpretieren, ob es letztendlich was ganz anderes ist oder was anderes damit ausgesprochen werden wollte. Zur damaligen Zeit vor ein paar 10.000 Jahren ist das mal dahingestellt. Aber es scheint da so ein gewisses, ja, so eine gewisse wiederkehrende Sache zu sein, die immer wieder begleitet. Wenn wir dann weiter die Geschichte fortschreiten, dann landet man unweigerlich halt im religiösen Bereich. Also Religionen sagen immer im Kontext des Nahtodes halt die Göttlichkeit bzw. das Rückführen zu der Wiege, zu der Bahre. Also von der Wiege zu der Bahre, das ist ja so ein typisches, ja, wie soll ich sagen, so ein typischer Satz, den man ja oft hört. Und da kannst du wirklich auf jeden Kontinent gucken. Es ist in Asien das tibetianische Totenbuch, in Ägypten das Totenbuch, in den abrahamitischen Religionen, die uns ja eher in unseren Breitengraden betreffen, also sprich das Judentum, das Christentum und der Islam. Gerade auch in den Religionen im Kontext der Tora, dann das Christentum und dann der Islam, findet man viele Fallbeispiele, wo halt auch von Nahtoderlebnissen berichtet wird. Und es ist einfach wahnsinnig faszinierend, wenn der Mensch sich, sag ich jetzt mal, objektiv keinen Reim machen kann, subjektive Dinge zunutze zieht oder hinzuzieht, um sich das erklären zu können. Und da ist halt die Religion ein, ja, perfekter Spiegel, um sich das erklären zu können. Da ist hier die Sprache von Versionen, Visionen, die man hatte, im Kontext von einem Nahtod mit Engeln. Kommt einem ja bekannt vor von heutigen Berichten, die man ja hört, von Leuten, die sowas erleben. Und, ja, das ist halt einfach wahnsinnig spannend. Seit die Menschen schreiben, hört man von so welchen Nahtodberichten. Das muss man erstmal so zur Kenntnis nehmen. Es scheint auch so zu sein, dass, wenn man sich jetzt wiederum von dieser religiösen Basis abspeist, also oft ist ja von Engeln die Rede, das hörst du ja bestimmt auch immer oft, Carolina. Ja, Engeln oder geistige Führer oder das geistige Team. Das sind ja oft Interpretationen, die halt dann im Kontext sind, wie wir uns das erklären, wieder in der Gegenwart, wenn wir von so einem Nahtoderlebnis zurückkehren. Was es denn wirklich ist am Ende, da kommen wir ja am Ende des Podcasts nochmal näher dazu, darum beschäftigen, wie es denn zu welchen Phänomenen kommt. Aber das eigentliche Interessante ist, dass es auch Atheisten, beziehungsweise Menschen, die nicht religiös sind, betrifft. Da habe ich nämlich was ganz Interessantes im Internet gefunden, wo man einen Vergleich gemacht hat zwischen Ost- und Westdeutschland. Bekanntlich ist ja im Osten nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wie soll ich sagen, eine feindliche oder sagen wir mal eine, also man hat einfach so Kirchen nicht so wertgeschätzt, beziehungsweise eher bekämpft. Also Religion war halt im Ostblock nicht so eine Nummer. Deshalb sind in den neuen Bundesländern, wenn man das so sagen darf, auch weniger religiöse Menschen vorhanden und im Westen wesentlich mehr, da das halt nach dem Zweiten Weltkrieg dann eher wieder praktiziert wurde als im Osten. Und das Interessante ist, dass in diesem Bericht, beziehungsweise in diesem Artikel beschrieben wird, dass es aber kaum einen Unterschied macht bei Nahtoderlebnissen von Ost zu West hier in Deutschland, was die Leute erleben. Sie erleben trotzdem beim Nahtoderlebnis, wenn sie denn aus der Hülle fallen und sich selber sehen können, dass sie halt diese Version haben, in einem Tunnel zu landen, wo das Licht immer stärker wird. Das ist ja das typische Bild, was man im Nahtod hat und da eine Lichtgestalt ist. Egal, ob man jetzt Menschen anspricht oder halt aushorcht, was sie erlebt haben, die unreligiös sind oder religiös sind, uns fällt nichts Besseres ein, beziehungsweise der Vergleichswert ist immer derselbe. Es ist halt ein engelsgleiches Wesen voller Liebe und Wohlwollen, so wird es oft beschrieben, genau. Und das ist wahnsinnig faszinierend, dass es ein universelles Thema ist. Also auf jedem Kontinent, seit der Mensch wohl denken kann und also über seine Umwelt nachdenken kann, scheint es so zu sein, dass Nahtod immer da ist und auch immer ein Thema war in der Menschheitsgeschichte. Und auch wenn man nicht so recht an ein Leben nach dem Tod glaubt, Menschen, die dann vom Nahtoderlebnis zurückkehren, also so ziemlich genau die gleichen Erfahrungen machen, wie Leute, die religiös sind. Nur die Erklärungsansätze sind etwas anders. Aber das, was man erblickt, visuell scheint so ziemlich gleich zu sein. Das ist doch super interessant, oder? Ja, natürlich. Und das bedeutet ja eigentlich schon, dass es unabhängig, wie du ja gerade schon berichtet hattest, unabhängig von der Religion ist und dementsprechend ist es eigentlich kein Thema. Es gibt ja manchmal Theorien, dass gerade die Religion da eine große Rolle spielt. Aber Carsten hat uns ja gerade bewiesen, dass dem eben nicht so ist. Es scheint wirklich so zu sein, dass es was sehr Universelles ist, wie Essen, Trinken, Schlafen, also alles, was so die Grundzüge hat von einem Menschen, also was jeder Mensch muss, ob reich, arm oder egal, welche Hautfarbe oder sonst was, dass halt letztendlich jeder Mensch wohl bei einem Nahtoderlebnis, das kommt halt nicht immer vor, aber wie gesagt, es ist sehr oft die Rede davon, wenn man das so exzessiv wahrnimmt, dieses Lichtwesen, egal, was man für Hintergründe hat. Und dass das eine Sache ist, worüber wir uns klar werden müssen, dass die Menschheit irgendwo auch verbindet, weil es scheint urtypisch im Gehirn irgendwie, ich sag jetzt mal, in BWL-Sprache einprogrammiert ist. Und das ist, finde ich, ziemlich atemberaubend. Ja, und das Nahtoderlebnis oder die Nahtode an sich sind immer eng geknüpft, wie wir auch im letzten Bericht gesagt haben, Thema Geister, haben wir auch ja ganz kurz das Thema Nahtod angesprochen, Krisenerscheinungen zum Beispiel. Wir haben ja letztens im grünen Unity-Tab einen Hörbericht mal wieder in die Öffentlichkeit gestellt oder einfach mal beforben, sag ich jetzt mal, aus älterer Zeit, der genau das zum Thema hat. Also wenn Menschen wirklich eine Knüpfung haben, eine familiäre oder wirklich tiefe Verbundenheit, die auch freundschaftlich sein kann oder andersweitig, dass diese Leute, die dann der Tod ereilt, über mehrere Kilometer, also wirklich eine Strecke zwischen diesen Menschen liegt, noch mal erscheinen in der Gegenwart. Als Phantom, möchte ich fast meinen. Da kann ja unsere, meine Schwester auch noch mal ein Teil dazu sagen, inwieweit das zu verstehen ist, die Krisenerscheinung. Und da kann ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Genau. Gerne. Also die Krisenerscheinung, ich hätte da auch schon einige interessante Vorfälle gelesen. Zum einen ist es so, dass auch Krisenerscheinungen, mein Bruder hat es schon gesagt, als Phantom sich manifestiert. Es kann aber auch sein, dass einem dann die Verstorbenen in Träumen erscheinen. Also das ist auch schon vorgekommen. Und es tut sich immer dann auf, also Krisen, das sagt ja eigentlich das Wort schon, Krisenerscheinungen, wenn einer, also ein kranker Mensch, ein sterbenskranker Mensch, gerade verscheidet oder schon verschieden ist und dann sich aber noch von seinen Liebsten verabschieden möchte und die noch einmal erscheint. Entweder im Traum oder als Phantom tatsächlich ja nicht materiell. Es kann auch natürlich vom dritten Auge wahrgenommen werden, aber dann noch einmal erscheint, um sich zu verabschieden. Dabei gibt es auch einen sehr interessanten Fall, wo Freunde, ich kann leider die Quelle nicht mehr genau nennen, werde das aber auch noch mal raussuchen, wo Freunde sich noch einmal versprochen haben, dass sie genau das machen werden, bevor einer von beiden vielleicht verstirbt. und das hatten sie sich in jungen Jahren versprochen und beide konnten sich noch gut daran erinnern. Irgendwann ist die Freundschaft aber auseinandergegangen und der, ja, die waren dann Kilometer auch weit entfernt voneinander und einer von den beiden ist den anderen dann im Traum erschienen und hat sich verabschiedet und meinte, das haben wir uns doch versprochen, ich möchte mich jetzt verabschieden, ich bin gestorben und als der andere dann am nächsten Tag aufgewacht ist, hat er Nachforschung angestellt und sein Freund ist dann auch tatsächlich verstorben. Also, es kann manchmal sein, dass es sich das überschneidet, dass er gerade noch im Sterbeprozess ist oder schon gestorben ist. Also, da gibt es auch beidseitig Fälle zu und genau, das ist dann so das, was man darunter verstehen kann, was möglich ist und dessen Fälle ich schon so aufgenommen habe und gelesen habe darüber. Ja, daran halt sehr schön zu erkennen, ist dann wirklich dieses Nahbare, was halt in unserer heutigen Welt, was so durchtechnologisiert ist, sag ich jetzt mal, kaum noch Platz findet beziehungsweise sehr schnell abgetan wird als, ja, eine, eine mehr, eine nette Geschichte zu diesen, wirklich Bänden zu Familien und Freunden. Dass man halt erkennt, dass auch das Geisterphänomen, beziehungsweise das paranormale Phänomen, ähm, ja, dazugehört. Unweigerlich. Sprich also, wir können einfach mal an dem Punkt festhalten, dass Seele, Geist, Geister, Erscheinungen und Nahtod halt auch ein verknüpftes Themensegment sind. Aber, das nur mal so am Rande. Ja, ich glaube, es beide, was man, Entschuldigung, aber das beides, was eben beides inbegriffen ist, ist einfach der Astralkörper, ne? Bei dem Nahtod sagt man ja, der Astralkörper geht auf Reisen. Astralreisen kann man auch so lernen, tatsächlich. Ich habe auch mal, oder ich habe einige Bücher hier stehen, wo man das trainieren kann, astral zu reisen. Und das ist ja das Gleiche, wie bei einer Krisenerscheinung, dass dann auch dein Astralkörper quasi auf Wanderschaft geht, aber du dann einfach nicht mehr in deinen menschlichen Körper zurückkehren kannst, weil dieser eben nicht mehr intakt ist. einfach weg. Nahtod ist, also du bist dann genau, genau, nicht mehr intakt ist. Und das ist ja dann wirklich diese Astralkörper, der mit beiden dann so verknüpft ist, sowohl in Krisenerscheinungen, Nahtod. Es scheint immer diese, ja, wie mein Bruder schon meinte, Seele dann zu sein. Astralkörper, Seele, dafür hat man ja auch viele Bezeichnungen. Und da tut sich die Wissenschaft halt wesentlich schwer oder hat es in Vergangenheit getan. Wie gesagt, es gibt ja so, ja, sag ich mal, Initiativen, wo man versucht, dem Thema beizukommen, zwar auch auf wissenschaftlicher Ebene, aber halt, dass man dieser Sache auch Platz lässt. In der Wissenschaft wird ja oft gesagt, dass nur das eine Daseinsberechtigung hat, was man wirklich auch empirisch belegen kann. Das ist bei Seele, da machen wir uns nichts vor, ein sehr, sehr subjektives Gefühl, sagen wir mal. Also Seele kann man nicht, also es gab schon irgendwie so Versuche, das nachzumessen, dass zum Beispiel, was ich auch interessant finde, dass bei einem Menschen, der lebt und kurz darauf verstirbt, der Körper gemessen wird und dann kann man da wesentlich weniger Gramm feststellen, ob das eine Energieflucht ist, Energie, den den Körper verlässt. Aber ob das jetzt wirklich ein Beweisgegenstand ist, ist, um das nachzuweisen, dass es die Seele ist oder vielleicht auch einfach diese, ja wie soll ich sagen, diese elektrischen, also unser Körper reagiert ja nun mal letztendlich auf elektrische Reize, wenn unsere Muskeln stimuliert, dass der Körper verlässt und diese Spannung hat letztendlich den Körper dann verlässt, weil diese Regung nicht mehr da ist in den lebtlosen Körper und dadurch diese leichte Gewichtsreduzierung kommt. Wie gesagt, es ist schwer zu belegen, etwas nachzuweisen, was zwar uns jeden, also jeder von uns betrifft es ja, also hätten wir keine Seele, muss man so sagen, wären wir ja dann einfach nur Körper und Körper alleine leben nicht. Also es ist eigentlich jedem bekannt, dass wir sowas wie eine Seele haben müssen, einen Geisteszustand, ein, ja wie soll ich sagen, wir sind ein Gefäß, wo die Seele halt letztendlich der Inhalt darstellt und der ist dann weg, wenn man stirbt. Da ist jeder sich, also da sollte sich jeder, wie soll ich sagen, einig sein, aber nachweisbar scheint es sehr schwierig zu sein. Ich finde das aber auch ganz schön, dass man das kaum nachweisen kann, weil das hat auch irgendwie so eine gewisse Magie, dass man sagt so, hm, ja, das kann die Wissenschaft noch nicht erklären. Das ist genauso wie mit dem Rätsel der schwarzen Materie, wo man sich auch lange den Kopf zerbrochen hat, warum das Universum nicht so in sich zusammenstürzt, weil schwarze Materie da ist. Die nachzuweisen, da hat man sich ja auch jahrelang den Kopf zerbrochen und letztendlich ist man ja auf den Nenner gekommen. Es ist da, es ist schwierig nachzuweisen, man kann es nur in ungeheuren Mengen nachweisen, aber sie muss existieren, sonst würde das gar nicht funktionieren. Und vielleicht ist es so ähnlich, vielleicht ist es ein gutes Gleichnis, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung, um zu sagen, die Seele existiert, sie nachzuweisen, ist aber halt am Ende des Tages etwas schwierig. Ja, ich glaube, dass da aber auch viele, also ich muss ja sagen, ich selbst bin auch sehr materiell und ich bin auch sehr logisch veranlagt. Also ich brauche immer auch viele logische Dinge und muss auch immer viel Materielles haben. Viele sagen einfach, das ist einfach unser Gehirn. Also was quasi die Seele so ist. Und wenn das eben weg ist, ist es weg. Da kommen wir später auch noch mal zu, dass eben auch Nahtoderfahrungen da war, wo der Mensch schon Hirntot war. Und trotzdem wieder, als er zurückkam, diese, von diesen Reisen berichten konnte, von diesen Nahtoderlebnissen. Erlebnissen, was natürlich das auch wieder außer Kraft setzt, diese Aussage. Da, wo ich noch mal auch hinaus wollte, wie gesagt, darauf kommen wir später zurück, worauf ich noch mal hinaus wollte, ist die Tatsache, dass natürlich diese Annahme der Seele immer schwierig ist, wie mein Bruder schon gesagt hat, zu erklären, weil sie nicht messbar ist, noch nicht messbar, und auch nicht materiell ist. Es gibt natürlich aber trotzdem einige Dinge, die ebenfalls lange Zeit gebraucht haben, um bewiesen zu werden, wie zum Beispiel das Licht. Da haben doch auch alle den Erfinder dann als einen Vollidioten dargestellt oder auch andere Erfindungen, wo viele meinten, nee, das könnte man nicht messen, das wäre nicht möglich, wie zum Beispiel Wasser, wo man dachte, das ist einfach nur eine Masse und man kann es nicht aufspalten. Thomas Edison, wie der ist er? Ich will jetzt noch etwas Falsches sagen, aber ich glaube, dass Edison war jetzt gerade in meinem Kopf, ja. Dass man Wasser zum Beispiel ordentlich ausschaut, das ist eine Masse, das kann man nicht aufspalten oder auch die Luft, ich meine, das sind ja, die Luft zum Beispiel, sind ja, kann man auch nicht sehen. Man kann sie nur fühlen und man kann sie an anderen Gegenständen sehen, wenn die Luft, wenn der Wind zum Beispiel ein sehr starkes an Bäumen. Aber das ist auch messbar nach einer Zeit. Also ich glaube, da brauchen wir einfach noch Zeit, um das zu messen und was man auch nicht sehen kann, sind ja zum Beispiel auch Radiowellen. Radiowellen, Frequenzen kann man auch nicht sehen. Du kannst aber natürlich daraus, wenn du einen Empfänger und einen Sender hast, trotzdem ja Musik zum Beispiel in Empfang. Und so ist es ja auch mit anderen Frequenzen. Es gibt ja Musikfrequenzen, Musik allgemein und diese ganzen Wellen, das kannst du auch nicht alles sehen, aber es ist trotzdem da. Und ich finde es, wie du auch schon meintest, ist es natürlich irgendwo gut, dass es noch nicht erforscht wurde oder noch nicht dafür einen klaren Beweis gibt, weil ich glaube, das dann wirklich so ein bisschen den Zauber nimmt oder auch vielleicht damit dann wieder herumexperimentiert werden könnte oder wie auch immer. Aber ich denke, dass es irgendwann schon messbar sein wird und dass man das dann auch ja irgendwo beweisen kann. Und gerade diese Krisenerscheinungen, um wieder aufs Thema zurückzukommen, sind ja der beste Beweis. Es gibt da übrigens auch Medien, die dann teilweise von auch fremden Leuten nachts in den Träumen besucht werden, damit sie noch die letzte Nachricht einmal überbringen an ihre Verbliebenen. Da wären wir dann wieder bei dem Thema wirklich, was wir letztes Mal hatten im Podcast. Damit sie Ruhe finden, damit sie nicht erdgebunden sind, damit sie ins Licht gehen können. Und ja, das sind dann auch so wieder diese Geschichten, Astralreisen, Seele, Astral, Nahtod und so weiter und so fort. Ja. Aber ein wiederkehrendes Muster ist ja wirklich, der Mensch weiß gefühlt, also wir jetzt im Status jetzt, wissen mehr über das Universum und von irgendwelchen Exoplaneten als über unsere eigene Seele. Irgendwie tun wir uns damit schwer, Sachen empirisch darzustellen, die uns selber betreffen. Da tun wir uns vielleicht schwer, weil es vielleicht auch, ja, ich weiß auch nicht, könnte man sagen, der Mensch hat da ein Problem damit, seine eigene Sterblichkeit zu begreifen und zu sagen, ja, die Seele betrifft ja mich selber. Das ist ja doch sehr intim zu sagen, ich habe eine Seele. Ich glaube, das ist so ein Tabuthema wie der Tod an sich. Das liegt sehr beides dicht aneinander, gerade in unserem Kulturkreis, zu sagen, wenn wir sterben, sind wir halt nicht mehr da. Und gerade wenn man das dann wissenschaftlich begleitet und dann betrachten möchte, kommt man halt dann zu dem Punkt, ja, begreife ich nicht. Es begreift die, also es betrifft halt jeden von uns, ist ja klar, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber wir können es trotzdem nicht, ja, logisch begreifen. Ja, ich finde auch, dass die Menschheit, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, aber ich finde auch, dass die Menschheit, wenn etwas nicht erklärbar ist, ist man nicht offen und sagt so, oh, es könnte aber sein und dies und das und man denkt sich viel aus und man ist offen und offen für alle Möglichkeiten, sondern es gibt immer sofort eine Sperre. Also man ist sofort, das ist total abwegig, das kann nicht sein, also nie im Leben. Und was für vergangene Menschen, Erfinder wurden dafür schon gerügt und das gesagt wurde, das kann nicht sein und nachher, als sie es erfunden haben oder bewiesen haben, ja, dann war aber der Applaus auch nicht riesengroß, weil es hat sich auch keiner bei denen entschuldigt, sondern dann wurde es einfach hingenommen oder teilweise wurde es sogar von den Verleugnern von ihnen noch wieder geklaut und die haben dann Patent drauf angemeldet. Also es ist immer so, dieses, anstatt offen zu sein für neue Dinge und offen gegenüber diesen Theorien zu sein, ist man doch schnell, nee und du bist ein Spinner, also dieser Gegendruck, der ständig da ist und das kann nicht sein und dieser, ja teilweise schon diese Abscheu oder dieser, dieser, dieser Wut, wenn man schon allein dieses Thema anschneidet, genauso wie du ja auch schon meintest, wie der Tod, wenn man darüber redet, werden alle leise und nein und du kannst doch nicht über den Tod reden und es ist ja immer noch so ein Tabuthema, was ich auch sehr, sehr schade finde. Es gehört nur einmal, es gehört nun einmal dazu und es ist natürlich kein schönes Thema, es ist nicht mit super schönen Gefühlen verbunden, aber es gehört doch einfach dazu und ich finde ja, dass man gerade dahingehend nicht immer so auf Abwehr gehen sollte. Ich meine, da habe ich auch schon viele Bücher gelesen, wo Menschen im Hospiz lagen und sich teilweise Familienmitglieder nicht verabschiedet haben, weil sie da einfach nicht reingehen wollten und es natürlich später so sehr bereut haben, wo ich mir auch immer denke, also immer diese Gegenwehr gegen alles, immer dieser Druck gegen alles und es kann nicht sein und darf nicht sein, anstatt einfach mal offen zu sein, zu schauen, wo führt uns das hin, wo kann das noch hingehen, was könnte möglich sein, also wirklich diese Welt mit Kinderaugen sehen, sondern man sieht sie jetzt so skeptisch mit erwachsenen Augen und alles ist null und nichtig und alles ist negativ, aber anstatt mal wirklich wie ein Kind wieder zu denken und zu sagen, ach Mensch, das wäre doch schön, wenn das möglich wäre oder ich denke auch so, ich habe jetzt auch gerade persönlich, sagen wir das mal, Berufsleben, eine Person, sagen wir mal, wichtige Person, die hat einen bösartigen Krebs diagnostiziert bekommen, sage ich jetzt mal und der Umgang, also vor allem sage ich jetzt mal, dritten Personen, gar nicht familiär oder Freunde, sondern wirklich Kollegen, ich finde das so faszinierend, also ich bin ja so ein Mensch, wenn ich, das ist natürlich super schwer zu sagen und zu behaupten, aber wenn ich vor Problemen stehe, dann versuche ich sie so zu nehmen, ja, wie sie dastehen und mache mir da auch nichts vor und mich würde es wesentlich mehr ärgern, wenn Leute mich nach zum Beispiel so einer Diagnose plötzlich anders behandeln würden. Aber das glaube ich, machen viele, viele sagen immer so, behandeln mich nicht anders, das Problem ist. Das habe ich jetzt aktuell zum Beispiel, naja, was heißt erleben müssen, habe ich diese, diese Abwehr, dass man, ja, wie soll ich sagen, diese Person hat das diagnostiziert bekommen, das ist jetzt offen auf dem Tisch und man muss das erstmal so annehmen, wie es ist und man kann der Person, finde ich, persönlich damit helfen, wenn man aufrichtig zu ihr ist und sie eigentlich genauso behandelt wie vorher, weil nichts ist schlimmer, aus Mitleid oder aus eigenen, sage ich jetzt mal, Abwehrreaktionen, die Person, die betroffen ist, anders zu behandeln oder plötzlich, was heißt netter zu behandeln, aber einfach anders zu behandeln und einfach nicht aufrichtig zu sein. Also, dass man plötzlich, ja, sich anders verhält und das merkt ja die Person auch und das ist ja auch eine Art von, naja, wie soll ich sagen, Ausweichreaktion, behaupte ich mal. Ja, ich glaube, dass da viele aber auch, also, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, viele denken da auch immer gleich sofort, ja, das ist wahrscheinlich vom Verstand her auch so, ich würde nicht sagen antrainiert, aber wahrscheinlich auch, vielleicht auch normal, aber wenn man so eine, so jemanden hat, der so eine Diagnose bekommt, dann denkt man immer gleich an Tod. Also, und ich glaube, daher kommt auch das Mitleid dann, weil man gleich immer denkt, okay, die Person kann sterben, also jetzt in kurzer Zeit oder in ein paar Wochen, in ein paar Monaten kann dieser Mensch halt tot sein und das ist dann, glaube ich, immer, dass die entsprechend dann so reagieren, dass sie sagen, so diesen kurzen Moment wollen wir ihn vielleicht noch so angenehm wie möglich machen, aber natürlich will der gegenüber davon gar nichts hören, der will gar nicht, dass man ihn so behandelt und dass es greifbar ist, was ja auch irgendwo auch eine Abwehrreaktion ist, denn wenn derjenige sagt, ich möchte normal weiter behandelt werden, hat er dann greifbar, dass er vielleicht sterben könnte? Ich glaube, das hilft dem Menschen wesentlich mehr, wenn man denen einfach vollste Unterstützung zuspricht, also noch mehr als sonst, aber sie einfach selbstverständlich plötzlich anders zu behandeln und dadurch entsteht da so eine Distanz, ist meine Meinung. Also man, ich finde, also ich bin mit der Situation gegangen zu sagen, das ist super scheiß, das ist eine scheiß Diagnose und das muss man einfach so ansprechen und dafür habe ich tatsächlich Kritik geerntet, weil, nein, das darf man ja nicht direkt so ansprechen und dann denke ich so, aber das ist ja, glaube ich, letztendlich, wenn man das so auf Meta-Ebenen betrachtet, dann das Problem von den Personen, die das als kritisch betrachten, wenn man das Kind bei Namen nennt, aber das ist halt auch letztendlich die Mentalität, wenn man dann eher so, jemand ist, der die Probleme oder die Diagnose jetzt in dem Fall halt anspricht und die Person trotzdem weiter so behandelt wie vorher natürlich mit, sag ich jetzt mal, sag ich jetzt nicht bedingungslose Unterstützung, aber sagen wir mal so, mit sehr starker Unterstützung ist es doch wesentlich besser, als so eine, um Selbstschutzwillen, die Person anders zu behandeln, weil man sich anscheinend selber nicht mit dem Tod auseinandersetzen möchte. Ich hoffe, man kann mir folgen. diese Reaktion, die Person anders zu behandeln, ist ja letztendlich, so interpretiere ich das, ein Selbstschutz, dass man, ja, irgendwie so etwas unbeholfen mit der Thematik umgeht. Also, ob das richtige Hilfe ist, muss ja letztendlich die Person, die betroffen ist, dann, ne, aber wenn man anders behandelt wird, würde es mir persönlich nichts geben, sondern sogar eher, ich würde mich sogar alleine fühlen, weil es einfach eine untypische Reaktion ist, die mir nicht weiterhilft, weil ich habe das Gefühl, dass es eine Art der Abkehren, aber wie gesagt, vielleicht interpretiere ich das so, aber, ja, muss ja jeder so, irgendwie ist. Aber da ist es, glaube ich, auch interessant, weil du meinst, du interpretierst das so, ich glaube, da ist immer ganz wichtig, die Meinung einfach von demjenigen, der überhaupt betroffen ist, denn man selbst interpretiert es wieder anders und münzt es dann aber so auf denjenigen, wie man es selbst haben wollen würde. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, so zu schauen, wie ist mein Gegenüber? Will er bemitleidet werden? Oder möchte er umsorgt werden? Oder möchte er davon gar nichts wissen? Also wie gesagt, ich habe auch Bücher gelesen, Horst Piez, da waren auch welche sterben, krank, Hirntumor, der definitiv kein, wo definitiv Heilung ausgeschlossen wäre, also alles andere wäre ein Wunder gewesen. Und die haben sich bis zum Schluss auf ihr Sterbebett nicht damit abfinden wollen. Und die Pflege haben auch gesagt, es ist so schade, anstatt da die letzten Tage, wirklich sich verabschiedet hat von seinen Familienmitgliedern und nochmal gelebt hat und gesagt hat, ich möchte das essen. Und die kriegen ja dann auch da alle Wünsche, die sie wollen in dem Hospiz. Und das und das hat er wirklich da im Bett gelegen, den ganzen Tag aus dem Fenster geguckt und gesagt, nein, ich werde nicht sterben. Es gibt bestimmt noch eine Wunderheilung, mich rettet noch jemand. Und das ist dieses bis zum Schluss wirklich nicht damit auseinandersetzen. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach zu schauen, was will mein Gegenüber. Du kannst ja im Endeffekt dein Gegenüber nicht ändern. Und wenn er das nicht möchte, wenn er es nicht einsehen möchte, ja, dann muss er damit im Endeffekt leben und auch sterben, so hat es auch klingt. Und das ist dann eben, jeder hat so seine eigene Interpretation, darf es aber in dem Moment einfach nicht auf den anderen Münzen. Das ist natürlich schwierig, dann zu fragen, so wie soll ich dich behandeln? Willst du Mitleid oder solch? Die meisten würden, glaube ich, sagen, bitte ganz normal, nicht Mitleid oder so, sondern bitte ganz normal, wie ihr mich vor auch behandelt habt. Es ist ja auch sehr, so dieser Abschied oder so, es ist ja auch sehr familiär. Menschen haben ja dann meistens eine Bezugsperson oder mehrere, mit denen sie darüber reden und man will es ja auch in der Öffentlichkeit gar nicht irgendwie so breit treten. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ja, aber es hat ja auch was mit NATO zu tun letztendlich, einfach die Sterblichkeit. Einfach um nochmal so rauszuzeichnen. Ja, das stimmt natürlich. Schön, dass wir jetzt da in so einen Bereich gerutscht sind. Es ist ja einfach am Ende des Tages ein Tabuthema. Der Tod und der Nahtod dann letztendlich. Und daher halt auch, das wollte ich eigentlich damit auch nur aussagen, wenn dann halt so eine Diagnose kommt und der Tod ist plötzlich gegenwärtig, dass ja unsere Reaktion letztendlich zeigt, wie wir mit Tod umgehen oder drohen. Ein Tod, der uns noch nicht selber betrifft. und da zeigt sich halt letztendlich, obwohl das jeden betrifft und jeder irgendwann ins Gras beißt und das war so zu sagen, ja, sagen wir mal so, wie es ist, dass wir trotzdem Lebzeiten denken, wir sind unsterblich. Das ist irgendwie etwas, was so interessant ist. Ich habe ja auch selber, das weißt du ja, einen krassen Autounfall gehabt, so mit sechs Mal überschlagen. Geiler Lkw-Fahrer, der mich abdrängt und hast du nicht gesehen. Und wenn man so eine Situation hinter sich hat, dann hat man einfach ein ganz anderes Bild. Also man hat so ein Ereignis X, wo man letztendlich Probleme anders gewichtet und sagt, man hat einen anderen Umgang, weil man, glaube ich, letztendlich rausgerissen wird einfach aus dem Alltag, wo man sich nie Gedanken macht, dass man in jedem Moment irgendwie ums Leben kommen kann. Und dann ist man plötzlich ganz nah dabei, weil man halt einfach, das Auto hatte damals keine Airbags und sonst was und das war nachher alle Scheiben kaputt und sonst was. Und mit 130 halt eine Notbranche gemacht ohne ABS und hast du nicht gesehen. Das macht einen halt dann erstmal so richtig gewahr und für das, ja, wie soll ich sagen, dann Leben, was man dann danach noch führt, ja, dass das halt alles einfach immer eine drohende Sache ist. Der Tod ist einfach allgegenwärtig, der fährt vor allem auch immer im Auto mit, ist dann halt die harte Erfahrung. Und dadurch ändert sich halt auch der Umgang. Und ich glaube, so ist man viel näher an Leuten seelisch dran, die so eine Diagnose bekommen, als Leute, die das abtun und das immer aus, ja, wie soll ich sagen, aus der dritten Reihe beobachten, aber selber noch nie so recht betroffen waren, behaupte ich mal. Gerade, weil es einfach, es ist ein unpopuläres Thema. Das wollte ich auch gerade sagen. Das wollte ich auch sagen. Also Leute, die die Chance haben, nochmal zurückzukommen, sage ich mal, das ist ja bei Nahtod auch, die kommen ja immer alle zurück und man kann da auch berichten, dass, ich würde sogar sagen, ja, okay, nicht alle, ich glaube, da gibt es keine Studie zu, aber, dass 99,9 Prozent nach so einer Nahtoderfahrung ihr Leben komplett umstellen. Also sie sehen dann, was ich vorhin schon gesagt hatte, der Fokus ist verrückt. Sie sehen einfach nicht mehr die Welt mit erwachsenen Augen, sondern dann sehen sie es wieder alles mit kindlichen Augen. Sie sehen, ich kann jederzeit sterben. Der Tod ist wirklich, ne, so schnell, du weißt gar nicht, wie schnell dir geschieht und dann liegst du da schon. Weil jeder, der so ein Nahtoderlebnis hat, ob er jetzt, egal welche Einstellung er vorher hatte und diese Erfahrung macht, geht da wesentlich, also, gehen wir mal einfach mal so ein Nahtoderlebnis durch. Es ist ja der typische Nahtod, wenn man das denn so nennen möchte. Ja, meine Schwester und ich sind ja schon in verschiedenen Berichten Nahtoderlebnisse durchgegangen. Das Gesichtsfeld verengt sich, man steigt aus dem Körper, verweilt noch im Umfeld seines Körpers, wird gewiss, dass man seinen Körper verlassen hat, sieht die Menschen um sich herum, gegebenenfalls. Die Zeitspanne, man muss grundsätzlich sagen, im Nahtod spielt Zeit, also nach unseren irdischen Grundsätzen, nicht mehr so eine Rolle. Also, je nach Bericht, die allermeisten sagen aus, dass Zeit, ist so ein geflügelter Satz, ich sag ihn jetzt trotzdem, Zeit relativ ist. Also, das Zeitgefühl entfällt. Man kann nicht sagen, dauert so ein Nahtoderlebnis bis jetzt einen halben Tag, irgendwie zwölf Stunden, dreißig Minuten, zehn Minuten. Wenn man wieder zurückgelangt in seinen Körper, kann man gewiss sagen, ja, sie waren jetzt 15 Minuten tot oder fünf Minuten, aber du wirst in jedem Nahtodbericht sagen hören, dass dieses Erlebnis wesentlich lange gedauert haben muss, aber man es auch nicht so genau sagen kann, weil es einfach zeitlos ist und das beschreibt das auch ganz gut. Das Gesichtsfeld verengt sich, man geht meistens durch so einen Tunnel, wo am Ende des Tunnels, wenn man den durchstreitet, entweder manchmal zu Fuß, in vielen Fällen aber auch mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, die immer mehr zunimmt. Also, man hat wirklich das Gefühl, diesen Tunnel zu passieren, man wird schneller, also fliegt diesem Licht entgegen oder geht diesem Licht entgegen und am Ende dieses Tunnels ist in vielen Fällen eine Gestalt, die einen erst mal aufklärt, was überall passiert ist. Also, man hat einerseits das Gefühl, wehrlos zu sein, ausgeliefert zu sein, aber man ist auch nahezu in diesen, also wie man es in den allermeisten Berichten hört, in diesem Tunnel neutral gestimmt, man hat keine richtige, also man hat keine Angst mehr, die ist weg. Man hat nur so ein leichtes Gefühl von Verwirrtheit, aber auch, ja, Ermunterung. Man ist, ja, man ist irgendwie gefesselt in diesem Moment. Also, besser kann ich es gerade nicht beschreiben. Die aber, das aber auch schnell, genau, das aber auch schnell wieder vergeht, weil diese Wesen sollen ja voller bedingungsloser, heller, strahlender Liebe sein. Genau. Und dann vergisst man das auch schnell wieder. Und dann weicht dieser Neutralität oder dieser, ja, Verwirrtheit, dieser glücklichen Verwirrtheit wirklich, ja, ein Gefühl von bedingungsloser Liebe wird oft gesagt und zu Vorkommheit. Und an diesem Punkt wird aufgeklärt, ja, dass man quasi jetzt im Jenseits oder in der Zwischenwelt ist, nicht im Jenseits, nein, das ist das falsche Wort, aber in der Zwischenwelt und im Übergang zu diesem, aber dann zurückgeführt wird. Und da gehen ja die Berichte in die Tausende, da kann man jetzt zig Berichte heranholen, viele ähneln sich, einige sind ziemlich unterschiedlich, wir wollen uns jetzt nicht in so viele zersplitterten Details vergehen. Wir gehen gleich noch mal darauf ein, wie es denn mit Sonderfällen ist. Das ist auch ein schwieriges Thema, aber da müssen wir auf jeden Fall durch, wenn wir halt uns in den Inhalt dieser Nahtoderlebnisse durchforsten wollen. Genau. Und ich wollte, will meine Schwester noch was dazu sagen? Genau, ich würde da gerne noch anmerken, zum einen, wenn man natürlich den Körper verlässt, ist es so, dass viele dann immer verwirrt sind, genau, was mein Bruder schon gesagt hatte, und man versucht mit den Menschen, die um den Körper herumstehen, zu agieren. Man möchte die ansprechen, man möchte die anticken, aber keiner reagiert. Und da wird dann auch immer von entsprechenden Beweisen berichtet, dass man dann sagen kann, der hat das und das zu der Zeit gemacht und sie haben das und das gemacht, was dann ja auch beweist, dass der Mensch in dem Moment beziehungsweise der Versterbende in diesem Moment die Körper von oben gesehen hat und gesehen hat, genau was die gemacht haben. Und das genau, das wollte ich noch dazu sagen, dass das einmal noch so ist und dass viele auch, also mein Bruder hat ja gesagt, schon Zeit spielt keine Rolle, aber Raum genauso wenig. Also man kann dann auch sich vorstellen, ich möchte da und dahin und wird sofort dahin gebeamt. also zu meinen Eltern, was machen die gerade und dann sieht man die auch im Wartezimmer, wie sie weinen und dann wird man meistens, verweilt man noch oder guckt sich um und dann wird man, also es gibt Fälle, wo man sofort abgeholt wird oder nicht und dann kommt es auch noch vor, dass viele gar nicht zurück in ihren Körper wollen, weil sie wissen, dass es da nur Schmerz gab oder dass die Welt einfach nicht so schön ist wie da, wo sie dann jetzt gerade verweilen in diesem wunderschönen, ja ich sag mal Himmel oder Vorfeld des Himmels und da sind auch viele die sagen, nein ich möchte nicht zurück und dann gesagt wird, doch du hast noch eine Aufgabe, vielen werden auch gefragt, möchtest du zurück und dann sagt man, ja ich möchte zurück, ich möchte noch was bewirken auf dieser Welt bei Leuten, die gesagt haben, nein, dann kam es auch schon vor, dass die Wesen sagen, doch du musst aber zurück, du hast noch eine Aufgabe und das ist eben auch noch so was man, was, wovon berichtet wird, dass viele eben wie gesagt diese bedingungslose Liebe so schön fanden, dass wenn sie sogar später davon berichten oder daran zurückdenken, dass ihnen immer noch die Tränen in die Augen steigen, sie finden dafür gar keine Worte, ja bedingungslose Liebe ist so ein Wort, was dem anknüpft, was dem gut herankommt, aber viele sagen auch, das ist nicht mal annähernd das, wie man das erklärt, also das ist noch viel größer und viele wollten einfach nicht zurück, weil die Welt voller Schmerz ist und dies und das und da hatten wir auch schon drüber geredet, aber viele sind dann zurück, weil sie eine Aufgabe haben und dann krempeln sie ihr Leben wirklich von Grund auf um und wollen auch dann oder üben meistens einen Job aus, wo sie Menschen auch helfen können, wo sie denen helfen bei, ja, Krankheiten, Gesundheit oder wo sie einfach was bewirken können, also keiner wird wahrscheinlich nach dem Nahtod irgendwie bei der Bank arbeiten wollen, sondern dann kommt es dann meistens dazu, dass sie eher ihren Job bei der Bank kündigen und dann wirklich eine komplette Fokusveränderung haben, also von der Bank auf einmal in einer Kindertagesstätte oder sich selbstständig machen und entsprechende Gesundheitsdinge anbieten, also das kam auch schon vor, dass dann wirklich so eine Dinge auch noch aufgezählt worden. Genau, das war meine Beendigung hierbei und dann gebe ich wieder das Wort an meinen Bruder. Ja, dann gehe ich mal am Anfang dieses Satzes, sage ich jetzt mal. Genau, ich habe hier nämlich nochmal einen ganz interessanten Ausschnitt von einer betroffenen Person, die ich gerne mal zitieren möchte. Aus allen Richtungen kamen die Leute zur Unfallstelle herbeigeströmt. Ich sah sie genau. Ich war in der Mitte eines sehr schmalen Gehsteigs. Also auf jeden Fall gingen sie da an mir vorbei und sahen mich offensichtlich überhaupt nicht. Sie liefen einfach weiter und schauten stur gerade aus. So wie sie ganz dicht herankamen, versuchte ich jedes Mal, mich zur Seite zu drehen, um sie vorbeizulassen. Aber sie liefen einfach durch mich hindurch. Ja, das ist dann so diese erste Position, die man hat, wenn man dann auf seinen Körper kommt, zu realisieren. Ich bin jetzt außerhalb von meinem Körper. Ich liege da und die Leute nehmen keine Kenntnis von mir. Ich befinde mich in diesem Moment in einer Anderswelt, wo wir wieder den Kreisschluss haben zur Krisenerscheinung, wo man dann halt zu anderen Orten hinausfliegt. Es wird oft von Fliegen auch oder Schweben gesprochen, wo man dann halt relativ schnell zu anderen Orten kommt, die halt betrefflich sind für die Person, um nochmal Leute zu besuchen. Man glaubt nur, also man denkt nur an diesen Ort und zack, ist man dann da. Man fliegt da meistens sogar hin. Also man, das ist wie so ein Flug. Ja genau, man wird so hingesogen, wie so ein Flug, aber man denkt nur dran und kann, das ist ja aber auch genau das, was man bei Astralreisen lernen kann. Also wenn du Astralreisen lernst oder das kannst, dann ist es genau das Gleiche, dass du dann einfach nur an den Ort denkst und du fliegst da sofort hin. Also da sind wieder diese parallelen Astralreisen und Nahtod. Das ist dann so wieder dieser Astralkörper, der sich überall, wie wir auch schon gesagt hatten, Raum und Zeit spielt dann einfach keine Rolle mehr. Das geht ja, wie meine Schwester schon gesagt hat, dann dahin, dass man auch seine Eltern oder Angehörige im Wartezimmer durch Wände hindurch beobachten kann, wie sie halt dann um einen trauern beziehungsweise gerade ihnen erkenntlich gemacht wurde, dass das nicht so gut steht beziehungsweise vielleicht sogar der Tod bevorsteht. Und dann wird den Leuten gewiss, oh mein Gott, die trauen um mich, ist denn was Schlimmes passiert? Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass es ja auch aus chirurgischer Sicht, also in den Kliniken, auch den Versuch gab, Spiegel an der Decke anzubringen, damit Menschen, die halt bei der Operation entschwinden, sag ich jetzt mal, den Körper verlassen, wirklich sich auf den Spiegel fokussieren können und sagen können, so einen Bezugspunkt haben, bin ich jetzt aus meinem Körper gefallen oder kann ich meinen Körper sehen auf dem Bett mit den Ärzten. Das ist auch super interessant. Man hat den Leuten dann auch gesagt, ja, dass man diesen Spiegel angebracht hat, halt mit diesem Hintergrund, dass man, wenn man in irgendeiner Art und Weise diese Operation mitbekommt, also nicht im Schlaf ist, durch eine Narkose, ja, sagen kann, ob man eine außerkörperliche Erfahrung hatte oder eben nicht. Und da kam es auch zu sehr, interessanten Erkenntnissen, wo wir aber höchstwahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, auch noch mal einen Hörbericht dazu machen werden in der Thematik Nahtod. Genau. Und da gibt es auch von Ärzten verschiedene Reaktionen. Also es gibt Ärzte, die das, obwohl sie öfter Patienten anscheinend haben, die davon berichten, das nicht wahrhaben wollen und sagen, nein, das gibt es nicht. Ärzte sind ja auch typisch, ja, es ist ja wissenschaftlich, die müssen sich ja an diese biologischen, wissenschaftlichen, empirisch belegen. müssen sich ja halten. Es gibt aber auch viele, die denen aufgeschlossen gegenüber sind und sagen, ja, ich habe jetzt schon so viele Berichte gehört und auch so viele Beweise, dass man das wirklich nur, also dass dieser Patient, das hätte auch nur von oben sehen können oder dass er so gut berichten konnte, was wir da gemacht haben. Er war ja eigentlich auf dem Tisch, schlafend oder im Tod. Dann, dass das hätte nicht sein können. Und das ist eben auch das, was ich ganz gut finde, wenn wirklich manche Ärzte versuchen, da offen mit umzugehen und sagen, ja, es ist noch nicht bewiesen, aber warum nicht einfach mal offen damit umgehen und das nicht gleich wieder sofort abschmettern. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, da hat sich ja die Einstellung etwas dazu geändert, aber da kommen wir ja nachher nochmal dazu. Wenn wir jetzt zurückkehren in der Geschichtsschreibung, wann das denn alles so seinen Lauf genommen hat, da gab es eine wirkliche, sagen wir mal, schon anfänglich wissenschaftliche Entstehung, dass man sich mit dem Nahtod beschäftigt und das war im 19. Jahrhundert. Da sind aber Menschen immer vom Kontext der Religiosität, also mit Gott, also dem Gotteskontext, damit einhergegangen, diese Nahtoderfahrungen zu erklären, die damals schon vorgekommen sind, wenn Leute praktisch, man würde heute sagen, klinisch tot waren, aber wieder zurückgekehrt sind. Dass man sich das dann so erklärt hat, dass diese Leute dann wirklich eine Begegnung mit Gott hatten und dann auch Visionen hatten und auch das im Kontext der Religion dann auch erklärt haben. Andere Mittel blieben ja schwer übrig. Da hat man auch schon angefangen, Berichte zu sammeln, was ich sehr interessant finde. Eine kleine Renaissance gab es dann im 1960, also in den 60er Jahren, letzten Jahrhunderts. Da hat man sich den Thema wieder angenommen und seitdem wurden ja wirklich exzessiv weltweit Berichte gesammelt. Und wie schon am Anfang des Podcastes erzählt oder erwähnt vielmehr, ähnen sich diese sehr, sehr stark zueinander. Wir können jetzt hier nochmal ein paar Fälle angeben, die halt den Unterschied machen, wo man wirklich ganz klar sagen kann, dass der Mensch in Lebzeiten hier zur Gegenwart auf der Welt andere Bedingungen hatte, wie dann nachher im Nahtod. Und das Interessanteste hierbei, darüber habe ich ja einen Hörbericht gemacht, ist die Erfahrung von Blinden, wenn nicht sogar Taubenmenschen, die diese, sag ich jetzt mal, körperliche Gebrechen, sterbliche Gebrechen im Nahtod dann gar nicht mehr hatten. Es gibt Berichte von Menschen, die zu Lebzeiten Erblindeten, aber auch schon von Geburt an blind waren. Und da gibt es super interessante Berichte, die dann uns Glauben machen, dass die erblindeten Personen im Nahtoderlebnis diese Lichterscheinungen halt wahrgenommen haben und auch diese Gestalt gesehen haben, die zu ihnen gesprochen hat. Und ich finde das so faszinierend, als ich an diesem Hörbericht gearbeitet habe, dass es halt diese Fallbeispiele gibt. Und letztendlich, wenn diese Personen zurückkehren, wieder in, naja, ihre sterbliche Hülle fallen und wieder nichts sehen können, aber dann wirklich formulieren können, wie sie das erlebt haben. Und es kommt interessanterweise dadurch, dass sie diese Erfahrung zu Lebzeiten nicht haben, dass sie sehen, dazu, dass sie diese Farben, dieses Licht viel wesentlich, also viel besser beschreiben können, als ein Mensch tun kann, der halt nicht sieht, also für den das auch schon zu Lebzeiten alltäglich ist. Also die Personen, die nicht sehen können beispielsweise, beschreiben dann wirklich diese Lichter, diese, ja, diese starken Lichter, die sie fast, ja, übertören, sag ich jetzt mal, und diese, diese Erscheinung, das ist ja wirklich, wirklich mal bildlich zu sehen. Sie beschreiben auch, dass hinter dieser Person, oder bevor diese Person erscheint, die ihnen dann sagt, dass sie jetzt sich gerade außerhalb des Körpers befinden, in der Zwischenwelt, dass sie dann wirklich auch Familienangehörige und gute Freunde, habe ich ja im Bericht beschrieben, erkennen, die sie vorher nie gesehen haben, nur von der Stimme her erkennen, aber sie merken, dass das Familienangehörige sind, dass das zum Beispiel deren Schwester ist, deren Mutter ist, obwohl sie in dieser Zwischenwelt, also bereits verstorbene Personen, nur bisher gehört haben in der Gegenwart, dann in der Zwischenwelt sehen, aber sie auch als solche identifizieren. Also es scheint auch so eine gewisse Gewissheit da zu sein, obwohl sie diese Person nicht gesehen haben, dass es diese sind. Was ich sehr interessant finde, das würde nämlich gegen die These sprechen, also was man immer so berichtet, dass halt dieser Sauerstoffmangel und die Anreicherung von Kohlendioxid im Blut dazu führt, dass man diese Wahnvorstellung bekommt, dass es anscheinend doch irgendwas Übersinnliches hat, so einen übersinnlichen Thrill will ich jetzt mal sagen, am Ende dieses Tunnels, dass man, obwohl man in der Gegenwart diese Person nie leiblich gesehen hat, sie trotzdem dann im Jenseits beziehungsweise in der Zwischenwelt, in der Zwischenwelt, nicht im Jenseits, da muss man immer unterscheiden, wirklich nochmal identifizieren kann. Und wie kommt es dazu? Da kommt man halt nicht zurecht auf eine rationale Lösung, und das würde halt wesentlich dagegen sprechen, dass es einfach ja, ein natürlicher Prozess ist, also vielleicht ist es ein natürlicher Prozess, aber nicht im wissenschaftlichen Kontext, den man halt rational erklären kann. Und das ist sehr interessant. Ja, ich finde es auch sehr interessant und eigentlich ist es ja schon an sich auch ein Beweis, aber ja, wir Menschen nehmen natürlich nur den materiellen Beweis an. Also es muss schon schriftlich dokumentiert sein oder man muss es anfassen können. Alles andere gilt natürlich nicht als Beweis, was auch wieder ein bisschen engstirnig gedacht ist. aber so ist es nun mal. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil gerade da kann man ja dann eigentlich, auch wenn es in dem Zusammenhang vielleicht komisch klingt, sehen, dass da eine Art Wunder drin steckt. Denn wenn dieser Mensch, der nicht hören oder sehen kann, es danach genauestens beschreiben kann, teilweise sind es ja auch dann Menschen, die nicht sogar während des, während ihres Lebens erblindet oder schon erblindet, glaube ich, auch schon zur Welt kamen, ne? Ja, genau. Und das ist ja eigentlich schon Beweis genug, aber selbst da sagt man dann Einbildung und Gehirntod und da kommen wir ja dann auch schon wieder zum richtigen Thema. Denn es gibt ja teilweise auch Berichte, wo die Menschen ja teilweise 15 oder 20 Minuten lang tot waren. Und ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt, ich habe nicht die genaue Information ab, wann man als Gehirntod gilt, aber ich glaube, drei Minuten sind schon schädlich für das Gehirn, drei Minuten ohne Sauerstoff. Ja, ja. Ja, ich glaube, es waren drei Minuten, zwei, drei Minuten, vielleicht auch vier oder fünf, da bin ich mir jetzt unsicher. Und was, wie erklärt man sich das dann, dass er 15 oder 20 Minuten ohne Sauerstoff im Hirn ausgeharrt hat? Also das ist von vielen, vielen Faktoren abhängig. Also es geht auch darum, hast du zum Zeitpunkt des Atemstillstands einen tiefen Atemzug gehabt? Hast du Sport gemacht? Also warst du körperlich tätig? Und wie, ja, hoch sind die Umgebungstemperaturen? Also es sind viele Faktoren, die dann sagen, ja, dass man schneller klinisch tot ist oder eben noch etwas Restdauerstoff im Blut hat. Wobei man sagen muss, dass 15 oder 20 Minuten wahrscheinlich auch den sportlichsten nicht mehr, ne? So, aber was ich dann immer so, ja, engstirnig finde, ist, dass dann trotzdem gesagt wird, ja, das ist dann halt Zufall. Bei einem von Millionen Menschen passiert das eben mal. Ich meine, es ist schon bei mehreren passiert, aber dann dieses, ja, es ist Zufall. Das kann man halt nicht erklären. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist dann eben so. Und das finde ich immer so, anstatt man da versucht wirklich Beweise zu sammeln und dann sagt, wow, was ist denn alles möglich, wird dann immer wieder gesagt, nein, das ist eben eine Ausnahme. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Wenn man versucht halt, das zu erklären und Skeptiker, sagen wir mal so, wissenschaftlich gesunder Skeptikerverstand, dann wird halt auch dann unterstellt, dass die Person, die ja blind ist und diese Vision hat im Nahtod oder diese Erfahrung im Nahtod hat, ja gar nicht weiß, wie dessen Schwester oder dessen Mutter aussieht. Das heißt, das kann ja auch Einbildung sein. Woher will er das wissen? So. Und das finde ich dann schon wieder so, hm, ist halt eine krasse Unterstellung. Das ist halt natürlich, einerseits ist das nachempfindbar, diese Skepsis. Ich glaube, das hat auch viel mit Angst zu tun. Ich glaube, die Leute haben einfach Angst, weil, da wären wir wieder beim Thema. Genau, und das ist so wieder der Kontrollverlust. Also es gibt ja auch, da kann ich jetzt so zum Beispiel für mich selbst sprechen, aber wahrscheinlich auch für meinen Bruder. Ich kann zum Beispiel nicht spontan sein. Ich muss immer planen. Das ist aber auch, das bin ich mir bewusst, das ist eine Art Kontrolle, die ich über mein eigenes Leben ausüben muss, damit ich sicher, damit ich mich sicher fühle. Und ich glaube, das ist auch dann so bei Ärzten, wenn sie das nämlich annehmen würden oder auch bei vielen Skeptikern, wenn sie das annehmen würden und nur zulassen würden, dann gibt es ja einen totalen Kontrollverlust. Was wäre denn da los, wenn man das so annehmen würde und das wäre möglich? Dann wäre ja, was wäre denn als nächstes möglich? Und das ist, glaube ich, dieses unbedingt die Kontrolle behalten, nicht daran denken, dass sowas möglich ist, weil dann kann auch Angst kommen, dann kann Panik kommen, man kann das immer auf sein eigenes Leben mal ausweiten. Denn wie gesagt, wenn dann spontane Dinge in meinem Leben fallen, agiere ich auch mit Panik. Ich kann nicht spontan. Ich kriege dann, ach nee, und wie gesagt, ich muss immer Plan haben. Ich muss das immer von morgens bis abends planen, gerne auch mehrere Wochen im Voraus. Und das ist eben dann schon natürlich eine Art Kontrollverlust und dann kriegt man auch Panik und weiß nicht, wie soll man reagieren. Und ich denke, das ist da nichts anderes, dass da dann die Angst kommt. Das ist ja genauso wie viele, das ist jetzt ein anderes Thema, was jetzt nichts mit NATO zu tun hat, aber mit UFOs und Aliens. Da sagen ja auch viele, selbst wenn es die gibt, wäre der Staat schön doof, das publik zu machen. Denn viele hätten viel zu viel Angst davor. Und es gab ja auch mal ein Ehepaar, da wurde irgendwo ein UFO gesichtet. Ich weiß leider die Quelle nicht mehr, aber ich habe es noch sehr gut im Kopf. Da war ein Ehepaar, da gab es in der Stadt, irgendwo wurden UFOs gesichtet. Das Ehepaar hat sich im Keller eingeschlossen und hat Suizid begangen, weil die so große Angst vor UFOs und Aliens hatten. Und ich glaube, das ist immer so dieser Kontrollverlust. Ein Mensch kann keine Kontrolle abgeben. Du kannst nicht einfach irgendwie, irgendwo hin oder wenige können es so auf sich zukommen lassen. Und wenn du aber diese Nahtoderfahrung hast, machst du genau das. Du lebst in dem Hier und Jetzt. Dir ist eine Planung egal. Du nimmst den Moment wahr. Und du bist spontan. Und das ist wirklich dieses Kontrolle weglassen. Und das ist aber, glaube ich, das, was viele einfach oder Skeptiker und so auch nicht haben. Das ist der Kontrollverlust. Ja, das ist ja was zutiefst Menschliches. Genau, ja, klar. Also man sieht das ja jetzt, also egal in welche Richtung, es geht ja letztendlich hier um Nahtod. Aber wenn jeder mal sich diese Frage stellt, woher so ein Verhalten kommt, dann ist das halt zutiefst menschlich. Ab einem gewissen Punkt sagt man, dieses Thema, also gibt man natürlich nicht zu, aber dieses Thema ist so komplex, dass man so eine gewisse ja Erkenntnisangst hat. Man hat eine Erkenntnisangst und verharrt, also wenn man das Thema aufgebunden kommt und sich nicht gegen wehren kann, mit Angst, also man reagiert mit Angst oder mit Ignoranz und will sich damit nicht beschäftigen. Das ist was vollkommen Menschliches. Das ist leider so. Oder was heißt, ist leider so, sonst würden wir wahrscheinlich unseren Alltag gar nicht bewältigt bekommen. Wenn wir uns um jeden, ja wie soll ich sagen, jedes Themengebiet kümmern würden, dann wären wir alle wandelnde Götter. Ist aber nicht so. Wir wissen ja selber aus der Menschheitsgeschichte. Der Mensch ist in der Masse. Sorry, dumm. Das ist leider so und ist auch vollkommen menschlich. Und das ist dann auch wieder dieser Kreis, was wir vorher gesagt hatten, sich auch nicht mit dem Tod beschäftigen, weil da dann auch wieder Angst und Kontrollverlust kommt. Also es ist, du kannst es auf viele Themen einfach ausweiten, diesen Kontrollverlust. Man hat dann Angst und das ist glaube ich gerade bei übernatürlichem Paranormalen auch so, weil viele dann denken, nee, was wäre dann möglich? Also alleine das, das hatte ich als Kind schon, Entschuldigung, dass ich jetzt so aushole, aber als Kind habe ich mir schon immer gedacht, also ich habe schon immer über den Tod danach gedacht und bei mir war es immer so, was bringt es? Wahrscheinlich können es viele nicht nachempfinden jetzt, aber für mich war das immer so ein Wow-Moment. Was bringt es denn jetzt zu leben und diese ganzen Entscheidungen, Ereignisse, Familiengründungen, alles zu bewältigen, sich dafür zu entscheiden, wenn du doch im Endeffekt stirbst und dann dein ganzes Wissen und alles weg ist? Was bringt denn das ganze Leben, wenn du es nicht speichern kannst und daraus lernen kannst für später? Und das war immer schon so, dass ich so dachte, nee, da muss mehr sein. Aber viele, mit denen ich dann darüber geredet habe und denen ich versuche, das zu erklären, dass das ja dann gar keinen Sinn macht, die meinten dann, nee, du bist dann einfach, das ist wie eine Festplatte, die ist dann leer, die ist tot, du bist dann einfach weg. Und ich dachte immer, nee, für mich klingt das nicht logisch, weil man doch die Erfahrung irgendwo mit hinnehmen muss, dass man sie dann das nächste Mal wieder nicht macht. Und das ist eben dieser, dieser große Unterschied und so weit, oder ich möchte nicht sagen weit, das wäre jetzt beleidigend, aber viele haben dann einfach, denke ich mal, Angst davor, sich damit zu beschäftigen oder wie gesagt, wie wir beim Thema Kontrollverlust, wie mit dem Tod beschäftigen, da tiefer hineingehen und wirklich annehmen. Also dieses Annehmen, selbst wenn es negative Themen sind, das kann eben nicht jeder, was ja auch in Ordnung ist dann, wenn das in dem Moment nicht kann, ist auch menschlich, wie mein Bruder schon gesagt hat, aber es ist natürlich, ja, einschränkend. Man ist dann einfach einschränkend. Wir sind ja in der Gegenwart und in der Gegenwart nehmen wir halt nur die Gegenwart wahr. Aber auch nicht mal bewusst. Oder was danach ist, ja, sehr nebulös. Und ich glaube, die Entscheidung, unter Bewusstsein zu führen, dass man, ja, Verantwortung für die Gegenwart hat, aber letztendlich auch irgendwo eine seelische Verantwortung für sich selber, für was danach ist, ja, das ist ja auch tiefe Menschen verankert und viele, ja, ignorieren das Thema beziehungsweise wie halt mit dem Thematik mit dem Tod. Es ist ein Tabuthema gesellschaftlich und dann ist das halt leider abgehakt. Es ist halt nicht da. Und wenn das Thema da ist, dann ist es eine kleine Etappe und dann ist es weg und irgendwann ist man selber dran. So hart muss man das einfach mal so sagen. Das ist menschlich. Das Ignorieren von unschönen Themen. Aber wir sind jetzt etwas vom Thema abgekommen. Ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass dann die zum Beispiel, die im Nahtod, der dann das eben nicht mehr so sehen, wenn die das Nahtoderlebnis hatte, dann sehen die das, die Welt oder die ganzen Gegebenheiten einfach komplett anders. Die sind dann gelöst von diesem Kontrollverlust, von dieser Enge im Kopf, dass man sagt, nein, ich kann nur das und das machen. Die sind dann völlig bewusst im Hier und Jetzt und die nehmen dann auch wirklich den Satz, ja, du kannst jeden Tag sterben. Also ich meine, man hat ja diese Sprüche, diese Zitate, leb jeden Tag, als wär's dein Letzter. Wer lebt denn wirklich so? Also das ist ja wirklich so, das gibt nur wenige, die danach leben können. Man hat ja den Tod nicht wirklich so greifbar, dass man sagt, du, es könnte morgen jetzt zu Ende sein. Aber Menschen, die es wirklich erleben, diesen Nahtod haben, die leben wirklich dann danach. Und das ist wirklich lebensverändernd, muss man auch mal sagen, zum Positiven. Also ich möchte jetzt keine Nahtoderfahrung haben, aber wenn man danach sein ganzes Leben umkrempelt und danach vollkommen frei, bewusst und ja, wirklich frei leben kann, das scheint mir doch auch heilsam irgendwo zu sein. Ja, natürlich. Also so beschreiben das ja auch die allermeisten. Und ich würde auch sagen, dass mein Unfall auch so ein Zwischenprodukt zwischen Nahtod und halt normaler Gegenwart und Alltag ist. Man hat schon eine andere Ansicht oder Bezug jetzt zum Leben, weil man einfach sagt, es könnte halt vorbei sein und es ist halt der Tod, der immer irgendwo in der Nähe rumhockt und auf eine gute Gelegenheit wartet, um das mal bildlich darzustellen. Ja, also halten wir fest, auf jeden Fall ist das immer sehr einfach, daran Kritik zu üben, wenn Menschen dasselbe erleben, dann ist es sehr individuell und leider ist noch keiner vom Nahtoderlebnis mit einer Videokamera zurückgekommen und konnte filmen. Aber selbst dann wären es wahrscheinlich sehr verwackelte Aufnahmen und schlechter Fokus, wenig Pixel. Genau. Das ist nicht echt. Das ist ja, weißt du, das ist ja überblendet. Was ist das für Licht hier? Nein, das ist gar kein Beweis. Das ist doch, das ist schäbig. Haben Sie die Naschtischlampe eingefilmt oder was? Nein. Auf jeden Fall, genau. Wenn wir jetzt festhalten, dass Menschen, die halt Handicaps haben in ihrer Gegenwart, halt voll funktionstüchtig, sag ich mal, mit allen Sinnen im Nahtoderlebnis Dinge wahrnehmen können, ist das ja schon mal heftig. Das hört sich an, als wäre das so ein, sag ich jetzt mal ein englisches Wort, auch wenn ich jetzt kein Fan davon bin, ein gewisser Reboot ist im Nahtod, wo man einen gleichen Status hat wie eine Person, die zu Lebzeiten wirklich alle Sinnen wahrt. Aber da muss man auch mal, was ich mir gerade, was ich mir, Entschuldigung, dass ich dir jetzt dazwischengrätsche, aber was ich mir gerade denke, aber was ja nicht so ist, weil die meisten, die vom Nahtod kommen, die krempeln ihr komplettes Leben um, sind ja dankbar und haben dann so eine komplette andere Ansicht, aber was ich mir vorstelle, das kann man aber wahrscheinlich sich nur vorstellen, wenn man so wieder engstirnig durch die Welt geht, wenn ich blind wäre und ich hätte eine Nahtod und wäre dann nicht blind und würde alles sehen, wie traurig wäre ich dann, wenn ich zurückgehe und es wieder so wäre, dass ich nichts sehen kann. Ja, ist ja so. Also die Leute waren da jetzt nicht so ganz ja, aber die krempeln ja meistens trotzdem ihr Leben um und sagen dann, ach, das war so schön und da will ich wieder hin und ich möchte positive Sachen machen. Aber ich denke mir dann, also ... Die allermeisten nehmen ja als Credo mit vom Nahtod jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt dahin zurück wollen. Also sie haben dann einfach keine Angst mehr vor dem Tod. Das bleibt so als Echo bestehen und vor allem begreifen sie halt das Leben in der Gegenwart, also das sterbliche Leben hier auf der Erde als Geschenk an, als, ich sag jetzt mal, Bonus und der Tod kommt ja noch schnell genug und dann kann man sich ja immer noch auf diese Situation einlassen, so beschreiben das die allermeisten. Die sagen dann, die Gegenwart ist etwas, was begrenzt ist, zeitlich begrenzt ist durch die Sterblichkeit. Der eigentliche Tod, das ist ja etwas, was ja früh genug kommt, tragischerweise und wovor man dann aber auch keine Angst mehr haben muss. Ja, okay, gut. Das ist etwas. Ja, ich würde es mir nur denken, dann bei mir wäre das wahrscheinlich dann auch so total niederschlagend. Es scheint ja eine Parallele dahingehend zu geben, dass dann Leute sagen, ach, da hatte ich gar keine Schmerzen mehr. Ich sag jetzt mal, meine gichtigen Finger waren da in dieser Zwischenwelt weg und halt Leuten, die sagen, ich konnte in dieser Zwischenwelt wieder sehen. Und vielleicht auch Vorfreude auf dann, wenn es irgendwann kommt. Also gar nicht so wirklich, dass man sagt, ich renne weg vor dem Tod, sondern dass man ihn dann umarmt, wirklich wie so ein Freund er sieht, dass man ihn gar nicht mehr wie ein Feind sieht, sondern wie ein Freund, dass man sagt, ich freue mich schon auf den Tag. Ja, freuen ist vielleicht auch ein böses Wort, vielleicht nicht, aber ich empfange den Tod dann mit offenen Armen, wie man so schön sagt, weil ich dann weiß, wie schön es eigentlich auf der anderen Seite ist. Ja, da wird aus Erkenntnis Angst, also etwas, was ich nicht vorstellen kann, weil wir halt nur die Gegenwart kennen, Erkenntnis und vielleicht sogar die, naja, sagen wir mal, die Freude und ja, die Erkenntnis, was da kommen mag. Und es wird einfach Frieden, also ich glaube, du hast dann Frieden mit allem geschlossen, mit, wie es dann so bei manchen ist, die dann sterben, dass sie wirklich Frieden mit allem schließen, Frieden mit denen, denen sie Streit hatten, Frieden mit, was sie noch erledigen wollten und so einfach Frieden mit allem und ich glaube, das ist dann auch. Ja, wenn man zurückkehrt halt in der Gegenwart, wird ja oft gesagt, sagen ja die Lichtgestalten oder die Lichtgestalt vielmehr ist ja meistens eine Person, die dann da den Ton angibt, sage ich jetzt mal, dass man halt dann noch ein paar Dinge erledigen muss auf der Welt. Das ist ja ein wiederkehrendes Ding, dass man halt noch gewisse Pflichten zu erledigen hat und das Leben noch nicht ausgelebt ist und dass man da bitte sich wieder in seinen Körper, in seine sterbliche Hülle zurückbegibt. Das ist eigentlich auch ein perfekter Übergang. Es gibt nämlich dann auch, jetzt um mal ein zweites Thema aufzumachen, um mal den Nahtod besser umschreiben zu können, ein Extrembeispiel zugegeben, Nahtoderlebnisse von Suizidalen, also Menschen, die den Freitod wählen. Und da entscheidet es sich doch wesentlich zu den anderen Berichten, wo Menschen halt, ja, aus Fremdverschulden oder aus, sagen wir mal, ja, aus heiterem Hümmel der Tod ereilt oder der der Nahtod ereilt. Und wenn wir hier den Vergleich haben zwischen Leuten, die kaum körperliche Gebrechen haben und Leute, die zum Beispiel nichts sehen und dann gleichgeschaltet sind im Nahtoderlebnis, wo die diese Sinne haben, wird aber bei Suizidalen oft davon gesprochen, dass sie direkt darauf angesprochen werden im Nahtoderlebnis von der Gestalt, die auf sie wartet. Also es unterscheidet sich erstmal grundsätzlich darüber, dass das Gefühl in diesen, am Ende des Tunnels, also während des Tunnels, dass es eher übermannend ist. Man macht sich tatsächlich Vorwürfe von diesem Freitod und dass man am Ende des Tunnels, diese Gestalt, die da mit einem interagiert, einen auch direkt darauf anspricht, weshalb man den Freitod gewählt hat und ob das wirklich die Lösung ist für die Probleme, die man hat oder ob es ein Entfliehen ist und ob man nicht nochmal oder nicht sogar müsse, diese Probleme in der Gegenwart zu lösen beziehungsweise ob diese Probleme wirklich zur Trage sind und ob das wirklich die Lösung ist. Also es ist wirklich so, bei Suizidalen oft die Rede davon, dass diese Gestalt am Ende des Tunnels einem ins Gewissen redet und davon abbringt, wenn halt dieser Nahtod eintrifft, also wenn er nicht tatsächlich endgültig ist, dieser Tod, sondern man in den Nahtod, ja in diesen Nahtodbereich dann fliegt und wieder dann zurückkommt, dass man dann wirklich einen extremen Lebenswandel hat, was meine Schwester meinte. Also viele kommen ja dann zurück vom Nahtod, waren relativ aufgeschlossene Persönlichkeiten und hatten halt nicht diese psychischen Probleme gehabt und diese Gedanken, diese schwarzen Gedanken, um sich das Leben zu nehmen. Aber sie haben dann wirklich eine 180-Grad-Kehrtwende. Also sie haben von diesen schwarzen Gedanken plötzlich diese Erkenntnis, dass, was ich eben gerade angesprochen habe, dass der Tod schon schnell genug kommt und dass die Lage nicht aussichtslos sein muss, sondern dass es die Gedanken sind, die uns davon abhalten. Also so wird das oft beschrieben, dass diese Leute wirklich dann eine 180-Grad-Kehrtwende machen in der Gegenwart. sie davon abhalten, ihr Leben so zu führen, wie sie es wollen und dann tatsächlich ihr Leben zu was Besseren, zu einer besseren Richtung dann auch umgestalten. Und das finde ich sehr interessant, dass man, dass diese Leute dann, die dann vom Suizidversuch, vom Nahtod, damit er zurück ins Leben kommt, sagen, dass es eher was mit Angst zu tun hat. Dass man gar nicht mit diesem Stigmata oder mit diesem Hintergrund in das Jenseits kommen möchte oder in diese Zwischenwelt, weil man dann Schuldgefühle hat. Darüber kann man dann natürlich diskutieren. Sind das dann die Gefühle oder die Gefühle, die sich dann Bahn brechen in diesem Nahtod, die sich dann dann, ja wie soll ich sagen, dann, was ich schon eben gerade meinte mit dieser Erkenntnisangst, dann einfach freien Lauf lassen und dann wirklich dann behandelt werden im Kopf in diesem Nahtoderlebnis. Oder ist es halt diese überpersönliche Existenz, diese Lichtgestalt, die einem dann ins Gewissen redet und einen zurückführt und man dann, ja, ich will nicht sagen geläutert, das ist Quatsch, aber sagen wir mal, mit so einer Grund anderen Erkenntnis wieder zurückgeführt wird und dann sein Leben umgestalten. Darüber kann man streiten, aber ich finde das sehr interessant, dass es wirklich einen krassen Unterschied zu den Nahtodberichten von Suizidalen und Leuten gibt, die halt unverhofft oder halt plötzlich der Nahtod ereilt. halt es gibt einen Unterschied und das ist auch... Ja, aber ich kenne auch, da gibt es schon Unterschied, klar, weil ich glaube, dass viele, die dann Suizid begangen haben oder einen Suizidversuch hatten und zurückkehrten, dann meistens teilweise sogar Leuten danach halfen, die Suizidgedanken hatten, damit das nicht passiert. Das habe ich auch schon gelesen, aber ich habe auch gelesen von Leuten, die zwar keine suizidalen Gedanken hatten, aber dennoch ja sehr gestresst in ihrem Alter waren, also schon Depressionen hatten, ein Burnout oder kurz davor waren, Depressionen zu haben oder ein Burnout, dass die aber auch eine 180-Grad-Drehung gemacht haben. Also ich kenne eine, dessen Buch habe ich auch gelesen, ich, darf ich sie hier erwähnen? Ich erwähne sie lieber nicht, aber die, ich weiß es nicht, nicht, dass das Werbung oder so nachher ist, aber die ist dann auch so, dass sie einen Nahtod hatte und sie hat den lieben langen Tag gearbeitet, 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 gearbeitet. Also sie hat sich wirklich, ja, fast in einen Burnout gearbeitet, war dann nur noch niedergeschlagen und es ging nur um die Arbeit, nur einfach da sein, sie hat nur noch funktioniert und als sie diesen Nahtod hatte, war das dann aber auch für sie eine 180-Grad-Drehung, weil sie wusste, so geht es nicht mehr weiter und heute hilft sie Leuten auch dabei, sich davor zu bewahren vor so einem Burnout oder sowas und das ist eben auch, wo ich denke, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie eng oder wie deine Gefühle wirklich sind in dem derzeitigen Leben, denn auch Depressionen, Depressionen können zum Suizidversuch führen, müssen nicht, können aber und aber auch andere Gefühle, die negativ sind, also ich glaube allgemein negative Gefühle wie ein Burnout, wo du ja einfach nur erschöpft bist und müde und oder ja vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die Nahtod hatten, die einfach gegenüber ihren Mitmenschen furchtbar waren, also die wirklich böse waren, bösartig schon Streiche gespielt haben und jeden angezeigt haben oder wie auch immer und dann, als sie wieder kamen, meinten, so danach habe ich Menschen geholfen, so und das ist ja auch eine 180-Grad-Drehung, also ich komme, ich glaube, es kommt immer wirklich darauf an, ich glaube, Suizid ist einfach noch mal einfach ein anderes Thema, weil du da ja wirklich bewusst den Tod frühzeitig wählst und wenn du jetzt einen Unfall oder so hast, willst du ihn ja nicht frühzeitig, das hätte man wahrscheinlich nicht verhindern können, wenn zum Beispiel jemand anderes dafür verantwortlich ist oder wie auch immer. Die eigentliche Frage, die sich ja stellt ist ja, sind das dann die Gedanken, die zuletzt den Menschen beschäftigt haben, die den Menschen zermatert haben, die dann im Nahtod dann, weil das so evolutionär, sag ich jetzt mal, so ein typisches, ja, Laufspiel ist vom Gehirn, was es dann abspielt kurz vorm Tod, dass das die Themen sind, die den Menschen bewegen und wenn er zurückkehrt, dann sein Leben ändern oder ist es dann von außerhalb? Das ist ja die, die Kernfrage vom Nahtod. Ist es eine Sache, die vom Inneren des Menschen abläuft? Das wäre ja dieser wissenschaftliche Ansatz, dass man sagt, ja, das ist eine Wahnvorstellung oder ist es dann eine überseelische Geschichte, wo, ähm, oder Angelegenheit, die dann letztendlich von außerhalb auf den Menschen eintrifft und dann ihn beeinflusst positiv. Das ist ja die Grundfrage, da wo sich die, äh, Geister nachher scheiden, im wahrsten Sinne des Wortes, haha, lustig, ähm, ob der Mensch von Inneren her diese, ja, wie soll ich sagen, diesen Einfluss hat oder von außerhalb und damit konfrontiert wird. Das ist wohl eine philosophische Frage. Also ich glaube, wichtig sind auch, sind auch, ja, die Gedanken sind auch wichtig, aber ich glaube, wichtiger sind noch die Gefühle, ne, die du hast. Also Gedanken sind ja immer so, die verselbstständigen sich ja schnell und Gedanken ziehen ja schnell vorbei und, äh, natürlich hat man da auch mal negative Gedanken, die einen dann in so ein Gefühlschaos sperren oder halten, aber ich glaube, Emotion ist auch eine wichtige Sache, denn viele, die ja dann dieses Wesen gesehen haben, haben ja sofort berichtet von dieser bedingungslosen, strahlenden Liebe und das sind ja auch so heftige Emotionen gewesen, dass viele meinten, ja, sie haben dann, als sie aufwachten, nach dieser Nahtod erst mal angefangen zu weinen, weil sie so ergriffen von diesen Lichtwesen waren und ich glaube, da spielen Emotionen einfach auch eine sehr, sehr große Rolle. Können Emotionen überhaupt von einer Illusion so krass beeinträchtigt werden? Schwierige Frage. Ist das möglich? So oder so, egal wie man das jetzt betrachtet, ist der Nahtod ein Geisteszustand. Also es ist ja etwas. Es gibt ja auch, Entschuldigung, dass ich wieder dazwischen, aber Hypnose ist ja eigentlich da noch ein gutes Stichwort, weil Hypnose ist ja etwas, was du, wo du auch deine Emotionen mit einer Sucht oder so verändern kannst. Das ist ja dann etwas, was du auch von außen mit deinen verknüpfen kannst, dass du zum Beispiel keine Lust mehr aufs Rauchen hast. Aber es hilft ja auch nicht bei allen. Manche sagen auch, bei mir hat es nicht geholfen, bei anderen hilft es und die schwören darauf. Das ist ja aber auch ein Einfluss von außen. Ja, ja, stimmt. Da kann man das dann verändern. Das ist von außen, aber kannst du von innen durch eine Illusion selbst wirklich irgendwie, das ist ja wie, wenn du, Entschuldigung, das ist wahrscheinlich sehr weit hergeholt, aber wenn du träumst und du pinkelst im Traum, pinkelst du doch nicht in echt. Manche kriegen das hin, aber ich glaube, ein anderes Thema. Ja, okay, manche kriegen das hin, das war jetzt ein Extrem, weil die nicht genannt haben, aber so meine ich das. Das wäre dann von innen. Das wäre dann von innen von mir selbst, aber da springst du ja nicht wirklich drauf an. Und von außen ist es dann wieder was anderes, das kann nicht so sehr verändern. Also für mich, möchte ich damit erklären, für mich wäre es eher logischer, als wenn es von außen kommt. Weil von innen scheint es für mich keine große Kraft zu haben. Von außen scheint es mir doch kraftvoller, gerade wie Hypnose zum Beispiel ein Beweis und dann zum Beispiel in Träume, du bist ja nicht, wenn jetzt dir ein Zahn ausfällt im Schlaf, fällt dir ja nicht ein echter Zahn aus. Also das ist wieder für mich nicht so ganz stimmig irgendwie. Ja, man kommt halt halt eben auf den Gedanken, dass es von außerhalb kommen muss, wenn man das, also wenn man dieser Sache einen Raum gibt. Das will ich ja damit ansprechen. Also Blinde können sehen, Taube können hören, die nehmen Personen wahr, die sie in Lebzeiten nur gehört oder gesehen haben. Im Nahtod können sie sie voll visuell wahrnehmen. Das ist ja der erste Punkt, den ich ja gemacht habe. Der zweite Punkt ist bei Suizidalen, wenn man dann um die emotionale Sache redet, andere Leute, die ja unverhofft in den Nahtod kommen in dieser Erfahrung, sprechen von Glück, also erstmal neutraler Stimmung, dann Glück und dann wirklich dieses unbegreifliche Lichtwesen. Und Suizidale sagen wiederum, dass sie das Gefühl haben, also nicht alle, wie gesagt, wir reden hier von so einer gewissen Schnittmenge, dass sie sich in dieser Lage eher schämen und zur Erkenntnis gelangen, okay, ich muss zurück, weil ich, mein Gott, ich kann ja nicht meine Verbliebenen, meine Freunde so zurücklassen, wie gesagt, nicht in allen Fällen, sondern ich muss noch was erledigen und ich schäme mich dafür, dass ich dieser Lichtgestalt begegnet bin und ich bin sehr froh, dass sie mich nochmal zum Undenken gebracht hat. Also es scheint wirklich so, desto mehr man in einer Extreme schwankt, also jetzt im seelischen Kontext, ob man jetzt Depressionen hat oder halt sich dann sich für den Freitod entscheidet, dass man dann ganz in den Gegensatz umschwenkt. Und wenn man dann in einen, also in, wie soll ich sagen, plötzlichen Nahtodbereich kommt, dass man auf jeden Fall, man hat in den allermeisten Fällen tatsächlich einen positiven Lebenswandel in der Gegenwart. Und das ist, ist halt die Frage, hat der menschliche Geist selber innerlich, also natürlich ist Glück, also das, jetzt kommen wir in so einen philosophischen Bereich, aber Glück ist ja auch ein Geisteszustand. Man sagen ja viele, dass ja glücklich sein eine Entscheidung ist, die man ja von sich selber hinausführt, die Einstellung zum Leben. Aber kann der menschliche Geist in so einem prekären Fall, wo man wirklich dann so ein übersinnliches Erlebnis hat, außerkörperliches, astralisches Erlebnis hat, wirklich das von innen her kommen, also ich würde behaupten, wenn ich jetzt sagen müsste, zu welcher Seite ich eher tendiere, dadurch, dass ich es nicht begreifen kann, ich kann halt nicht, deshalb ist es ja nicht so richtig wissenschaftlich, sondern halt wirklich einfach ein Gefühl, was einen beflügelt, würde ich schon sagen, dass es eine Sache ist, die eher von außen kommt. Ist meine Meinung. Ja. Würde ich auch sagen. Und was ich noch hinzufügen möchte oder was ich dann ja als Erkenntnis mitnehmen würde jetzt auch noch mal, das bedeutet eine Nahtod, kann man so sagen, ist immer, fällt immer positiv aus. Also immer positiv, es wirkt sich immer positiv, ja nahezu, aber ich habe jetzt noch von keinem Fall gelesen, wo es nicht so war, wo sich das nicht positiv auf das Leben ausgewirkt hat und wenn es nur irgendwie mehr Empathie ist, die man daher hat für seine Mitmenschen. Wir wollen nicht noch mal in diesen Nahtod-Bereich kommen, jedenfalls nicht vorzeitig, ja. Ist es also eine positive, es hat immer was Positives zu tun, also es gibt eigentlich keine negativen Erfahrungen daraus und was ich dann aber auch interessant finde, was dir jetzt vielleicht noch mal unterstreicht, es könnte doch auch genauso sein, dass man eigentlich vom Nahtod einen negativen Illusionen-Traum hat. Warum ist denn alles immer positiv? Das wäre doch dann eigentlich schon wieder sowas, wo man sagen müsste, klar geht es dann wahrscheinlich mit Adrenalin, aber wenn du erst mal Hirntod bist, dann kann es ja auch sein, warum hat man dann nur positive Nahtoderfahrungen? Warum gibt es dann keine negativen? Und das ist doch eigentlich ein Faktor, wo man sagen müsste, ja, das stimmt doch dann schon eigentlich nicht. Ich glaube, ich würde schon den Unterschied ziehen, dass bei Suizidalen die Nahtoderfahrung eher negativ ist, aber dass man dann Argwohn hat vor dem Tod, weil man den, das hört sich jetzt irgendwie krass an, aber so ist es im Grunde, also die Lichtgestalt sagt sehr oft, dass man noch nicht bereit ist für den Tod und dass man tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommt, aber dass man schon wiedergespiegelt bekommt, dass das nicht der richtige Weg ist. Und die Erfahrung nachher in der Gegenwart ist natürlich ein positiver Wandel, aber die Erfahrung im Nahtod ist so, dass man sich, ich will nicht sagen, dass es jetzt super negativ ist, aber man schämt sich eher, dass man in diesem Nahtodbereich landet. Ja, aber das sind ja deine eigenen Gefühle. Also ich, alle Berichte, die ich bis jetzt gelesen habe, waren immer so, dass der, natürlich schämt man sich dann irgendwie, das kam schon öfters in Berichten vor, dass die sich einfach geschämt haben, weil sie das so gewählt haben, aber das Lichtwesen war immer positiv, es hat ihnen immer vergeben, es hat immer gesagt, du, ne, du bist Licht, du bist Liebe und gar kein Problem und nur, es ist einfach nicht so weit, du solltest das nicht tun. Aber es ist nie so, dass man, weil du meintest ja schlechtes Gewissen einreden oder so, das glaube ich, never. Sie haben sich halt geschämt, da, sag ich erstmal, bei dieser Gestalt zu sein, wie die Gestalt dann interagiert hat, mit denen ist nochmal eine andere Sache, aber ich rede jetzt gerade von dem, wie sie es interpretiert haben und dann ihren Lebenswandel haben. Genau, dann haben sie es aber selbst für sich wieder so entschieden, dass sie selbst so diese Gefühle hatten, aber jetzt so diese Lichtgestalt hat auf gar keinen Fall was Negatives initiiert. Nein, nicht negativ. Also wie gesagt, das kommt jetzt schon im positiven Wandel, alles gut, aber letztendlich hat man schon so das Gewissen oder die Erkenntnis so, dass es wesentlich zu früh ist und dass man, ja, also der Unterschied zwischen Suizidalen und halt Nahtoderlebnissen, die halt natürlich sind in Anführungsstrichen, ist halt dieser, dass man halt nicht vollum ins positives Gefühl da in diesem Raum hat, sondern sogar eher mehr dazu angestriebt ist, zurückzugehen, weil man das Gefühl hat, Dinge nicht erledigt zu haben. Also das Gefühl scheint im Schnitt deutlicher zu sein als bei normalen Nahtoderlebnissen. Das kann man schon sagen, ja. Ja, das ist dann ja wieder, das ist ja dann schon wieder wie in der Zwischenwelt, in erdgebundenen Geistern, in erdgebundenen Verstorbenen, denn viele, die auch einen Suizid begangen haben, stecken wohl, so habe ich es in vielen Dingen gelesen, stecken wohl auch eher in der Zwischenwelt fest, weil sie denken, ich habe es nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Ich habe mich umgebracht und dann gibt es ja auch immer noch dieses, in der Bibel steht, Leute, die sich selbst umbringen, kommen sowieso nicht in den Himmel, sodass viele da aber auch dann mit dieser Intention dann wirklich auf der Erd gebunden bleiben, weil sie wirklich denken, ja, okay, ich habe es nicht verdient, in den Himmel zu gehen. So, das ist wieder deren eigene Interpretation und Intention. Aber dieses Wesen sagt ja dann ganz klar so, nee, das ist noch nicht so weit und jeder hätte ja das Licht verdient und dies und das und von daher denke ich, dann ist das so wieder typisch, diese menschlichen Gefühle, menschliche Gedanken, menschlichen Fokus, den man hat, menschliche negative Dinge, die man sich wieder ausmalt. Man malt sich eine Situation noch immer zehnmal schlechter aus, als sie eigentlich ist und denkt sich schon 20 negative Ausgänge aus, obwohl da das eigentlich im Endeffekt nachher neutral zu bewerten ist oder sogar positiv. und das ist vielleicht auch so das, was man da noch mal beisetzen kann, dass das so wieder die eigene Interpretation ist, die man dann viel wieder mit reinbringt. Das bedeutet im Endeffekt, was man sagen könnte, Leute, die Suizid begangen haben, deren Nahtod ist selbst auch noch geprägt von deren negativen Gedanken. Da sind wir doch gar nicht weit voneinander entfernt. Ja, gut. Da habe ich es nur anders verpackt. Aber man kann sagen, dass wir beide auf jeden Fall nicht daran glauben, dass es Illusionen sind und Träume, sondern dass das wirklich was Übernatürliches von außen kommendes ist. Ich glaube, ich habe das auch schon im vorherigen Podcast gesagt, dass man ja letztendlich den Zustand von Tod, beziehungsweise wenn man in den Nahtod und dann danach wirklich weiter in den Tod geht, man, es kam ja nie einer zurück. Also wir können ja nicht letztendlich beschreiben, ob der endgültige Tod, wenn man dann auch diesen Wesen treffen würde, wie gesagt, es kam ja keiner bisher zurück vom Tod. Also wie soll ich sagen, der Unterschied ist ja der Nahtod, man kommt zurück. Man wird ja zurückgewiesen in seine sterbliche Hülle. Aber es wäre doch wesentlich mal interessant und das werden wir leider nicht antreten können, ob jemand, der wirklich dann nachher verstirbt, via dieses Nahtoderlebnis oder den Toterlebnis, so kann man es ja dann mal benennen, um den Unterschied zu nennen, dann wirklich dann genauso ist wie ein Nahtoderlebnis. das ist dann wirklich leider Spekulation, aber es wäre so interessant. Aber wir sind gefangen in der Gegenwart und es ist halt schwierig, dass, ja. Ja, und was man da als vielleicht noch als gutes Beispiel mit reinnehmen könnte, mir kommen jetzt gerade noch zwei Gedanken. Zum einen, wir haben ja auch Fälle, wo Menschen lebendig begraben wurden und dann aufwachten, aber da war es meistens so, dass die ja nicht tot waren. Die hatten meistens irgendwie Fieberschübe oder haben einfach eine sehr flache Atmung gehabt. Meistens war das dann auch noch in vergangenen Zeiten, wo man sowieso irgendwie nicht so gut herausfinden konnte, Entschuldigung, ob die noch leben oder nicht, da war das ja noch nicht ganz so ausgefeilt bei den Ärzten. Deswegen hat man ja bei vielen auch dieses Todeshorn mit eingelegt. Genau, dieses Todeshorn oder Todesklingel, so eine Schnur, die bis runter in den Sand ging. Genau, und da ist es aber so, die waren ja nicht wirklich tot. Da hat man es nur angenommen. Es gibt natürlich aber auch Berichte, wo manche tatsächlich auch in den Leichenhallen dann abgetransportiert wurden, schon da auch aufgewacht sind. Also die haben aber, glaube ich, dann nie von Nahtod berichtet. Das bedeutet, es gibt ja dann auch wirklich immer noch die Erlebnisse, wo es einfach ausbleibt. Aber es gibt auch, und das ist vielleicht ganz interessant, wo man nochmal drüber nachdenken kann, was ist denn mit Koma, wenn Leute im Koma liegen? Dann sind ja auch, ich glaube, es muss vielleicht auch so ein gewisses, wirklich wieder, das Wort schon sagt Nahtod. Du musst auch schon wirklich Na, Na, Na am Tod sein, damit sowas auftreten kann. Also wenn du jetzt im Koma liegst, bist du ja, sind deine Funktionen ja trotzdem noch, meistens auch mit Maschinen, aber deine Funktionen sind ja noch manchmal vollkommen erhalten. Nahtod ist ja dann eher so, wenn du Hirntod, Herz hört auf zu pumpen. Also du sprichst ja gerade die richtigen Sachen an, da haben wir natürlich, oder natürlich, sagen wir mal, wir haben da auch schon mal Hörberichte drüber gemacht und da fällt mir auch direkt ein, also als Unterschied, die, der Fall über Johanna de Chiefre, die ja auch ertrunken ist, das ist ein Bericht, den habe ich sogar auch letztens im Community Tab, glaube ich, einmal gestellt. Ja und sie ist ja auch tot gewesen und die Leute haben sie noch mal, um ja, wie soll ich sagen, die Toten wach zu halten, noch mal aufs Bett gelegt und die Mutter wollte auch unbedingt, dass sie noch mal, ja, neben ihrer Tochter schlafen darf, eine Nacht bevor sie beerdigt wird. Auch ein bisschen gruselig, ne? Und dann, ja damals hatte man halt eine andere Einschränkung zu tun. Da hat man auch Fotos mit Toten gemacht. Aber okay, weiter im Texte. Äh, genau und sie ist ja wieder erwacht und sie berichtet nur, sag ich mal, peripher über Nahtoderlebnis. Aber dann haben wir einen Fall, der auch wirklich in diese Richtung geht, der sich aber etwas, ja, unterscheidet von der Berichterstattung, das ist von der Duodana, die auch an einem Fieberleiden, soweit ich weiß, oder wie ich mich entsinnen kann, wir haben halt einen Hörbericht darüber gemacht, ähm, gelitten hat, dann in eine Art Koma fiel, in eine Ohn macht und dann auch quasi schon tot geweiht war und innerhalb dieser, sag ich mal, ja, Entfliehung, äh, ihre Großeltern wieder gesehen hat und auch in so einer Art, ja, Zwischenwelt war und dann auch wieder zurückgeschickt wurde. Das ist ja auch unter Nahtoderlebnis ganz klar zu verbuchen. Ähm, ja, das sind, dann sind solche Fälle. und was du gesagt hast, auch in, äh, in der Totenhalle wieder aufwachen, da habe ich ja auch, äh, ähm, ein Fall, genau, äh, oder einen Hörbericht dazu gemacht, äh, den Afrikaner zum Beispiel, der ja auch da, in Zeremonie abgehalten wurde und dann wieder aus seinem, seinen Sarg ausgestiegen ist und die Leute waren in heller Aufregung, was denn da los sei und es sind sogar geflohen vor Angst oder die Oma, die auch schon seit über 24 Stunden tot ist, dann in die Leichehalle kommt und plötzlich die Augen bei der Obduktion wieder aufsteht. Oh, ach, stellen dir mal, und das ist wirklich übel. Oh, das wünscht man ja auch einfach nicht mal den größten Feind, oder? Und das Traurige ist ja, danach ist sie ja doch drei Tage später wirklich Das ist aber wirklich traurig. Aber wie soll man das? Das sind dann so klinische Fehler. Ja, das, okay, klinische Fehler, aber, das stelle ich mir sehr grauen. Also ich bin froh, dass die heutige Zeit da schon bessere Erfindungen oder bessere Aktionen hat, um da herauszufinden, ob jemand tot ist oder nicht. Aber es kann natürlich auch sein, wenn du einen Nahtost hast wirklich und man da irgendwie eine halbe Stunde tot ist, dann auch gesagt wird, naja, gut, schon mal ein Leichentuch drüber, dann verabschieden sie sich bitte und auf einmal stehst du da nochmal auf. Das ist doch dann auch. Es gibt ja so eine gewisse Chance, dass es auch bei Duadana, nee, nicht bei Duadana, bei de Schiffre, also bei Johanna de Schiffre, genauso ähnlich wie der Fall von dem Norweger, ich meine, es war ein Norweger, der ja auch beim Fischfang übers Boot gefallen ist und sich selber in gewisser Weise stranguliert hat und unter das Wasser gekommen ist und dann erst viel später, also Minuten später gefunden wurde, praktisch ertrunken. so und da hat man ja auch nochmal versucht, ihn ins Leben zurückzubringen mit und er war quasi schon klinisch tot, aber ist dann wirklich Minuten später, über Minuten später wieder ins Leben zurückgetreten und sein Puls hat wieder langsam angefangen zu arbeiten. Sein Körper war eiskalt, wo man halt dann auch sagt, das wird der Grund gewesen sein, warum er so lange und ohne nennenswerten neurologischen oder physischen Fehlern oder Schäden wieder zurück ins Leben gekehrt ist. Also das meinte ich auch schon vorhin, das scheint ja auch ein Faktor zu sein, wenn man halt verstirbt oder erstmal das ganze Kreislaufsystem stillsteht, welche Temperatur hast du und in welchem Zustand du dann erliegst, scheinst du ja eine gewisse Möglichkeit zu haben, wieder ins Leben zurückzutreten. Ja, es gibt ja auch den einen Fall, wo die Frau auf den Weg irgendwo hin war zu Fuß in einem Schneesturm und die doch eingefroren war und die wurde doch dann später auch ganz langsam irgendwie wieder aufgetaut und war doch dann auch noch vollkommen in Ordnung, also hatte doch irgendwie auch keine Erfrierungen oder sonst bleibende Schäden. Also das ist schon Wahnsinn, wozu der menschliche Körper auch imstande ist. Gerade wenn man so, ja Nahtod, ne, wenn man gerade so Dinge hat und man dann irgendwie hirntod für ein paar Minuten ist und trotzdem irgendwie keine Schäden davon. Das ist natürlich, es ist auch seltsam, warum hat der eine das, warum hat der andere das nicht. Es ist schon, ja, so was, so ein Rätsel, was man leider, das man leider noch nicht entschlüsselt hat. Individualität der Menschen zur Geltung, ich glaube, manche reden am Ende des Tages nicht über Nahtod. Vielleicht haben sie dieses Erlebnis und behalten das für sich. Ich glaube, da hat auch jeder seinen Umgang, das darf man nicht unterschätzen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder, der zurückkommt nach einer gewissen Zeit ein Nahtoderlebnis hat, aber ebenso kann man nicht behaupten, dass, ja, wie soll ich sagen, die, die es nicht sagen, kein Nahtoderlebnis haben. Ich glaube, das ist sehr individuell am Ende des Tages. Ich habe dir auch letztens so einen Fall geschickt, da ist ja, glaube ich, auch ein Kind 15 Stunden tot gewesen und ist wieder zurück zum Leben gekommen. Darüber wollte ich auch mal gerne einen Hörbericht machen. Oder wir, mal sehen, wer das von uns beiden macht. Schauen wir mal. Genau. Ja, sonst hast du zu dem Thema noch was zu sagen? Ich habe noch ein Themengebiet in dieser Richtung. Du hattest jetzt noch diese Liste mir geschickt. Was ist denn mit Ketamin? Hast du dazu noch was? Wolltest du da noch was erklären? Kann ich gleich machen. Ich habe noch ein Fallbeispiel, was nochmal so einen Unterschied macht. Da können wir nochmal kurz anritzen. Das ist nämlich das Fallbeispiel einer Frau aus Schweinfurt 2005, die, auch schwieriges Thema, bei einer Abtreibung von ihrem Kind, von ihrem Baby, ja, eine Nahtoderfahrung hatte. und das geht halt auch in diesem Bereich von Suizidalen, dass letztendlich diese Gestalt ihr ins Gewissen geredet hat, also das in Frage gestellt hat und sie letztendlich zurückgeführt wurde und sie sich danach Vorwürfe gemacht hat, aber tatsächlich dann im späteren Verlauf ihres Lebens dann eine Familie gegründet hat, laut Bericht. Und das finde ich auch sehr interessant, dass es auch in dieser Richtung, wenn man dann Nahtoderlebnis hat, auch diese Sache, was halt auch wieder da mitspielt, was einen vielleicht zuletzt sehr, sehr beschäftigt hat, dann eine Rolle spielt im Nahtod. Aber das finde ich schon irgendwie etwas seltsam, weil irgendwie, wie soll ich das sagen, das macht ja dann für mich wieder so den Anschein, als würde es im Endeffekt ja auch irgendwie das eigene Gewissen sein, sprich das höhere Selbst. Also man sagt ja immer, man hat ein höheres Selbst, was voller Wissen und die bessere Version von einem Selbst ist ohne Zweifel, ohne Angst, ohne alles und was einem immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Was wäre dann, wenn dieses höhere Selbst eigentlich auch schon wieder so ein Gedankengang, der bei mir aufkommt, weil wenn man sagt, so dieses Wesen bedingungslose Liebe, warum redet ein das Wesen dann sowas ein? Das finde ich ja irgendwie dann nicht in Ordnung. Ja, was heißt klar, so im Guten, wenn man sagt, du solltest doch nicht so früh sterben, du hast noch so viel vor und das ist ja eigentlich eher aufbauend, es ist ja nicht negativ irgendwie, sondern wirklich aufbauend, ich meine, man könnte es ja auch, das Licht Wesen könnte es ja auch totschweigen und sagen, komm, ach, ne, alles halb so schlimm, das ist glaube ich auch nicht so gut, das wird ja schon konfrontiert, wirst du ja schon mit deinen Taten, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn zum Beispiel gesagt wird, so das Kind, du hast es abgetrieben und so weiter und so fort, das finde ich dann schwierig, weil es ja auch da immer, das ist ja sowieso, hattest du auch schon gesagt, ein schwieriges Thema und ich finde gerade, wenn du irgendwie vergewaltigt wurdest und es dann einfach abtreiben möchtest, wenn das Wesen dann sagt, nein, also das war überhaupt gar nicht gut und in deiner Gewissenrede denke ich mir so, hat was, also ist es dann überhaupt noch selbstentscheidend, ist das Wesen dann beeinflusst, hat es irgendwie, zweifelt es deine Entscheidungsfreiheit an, gibt es dir da irgendwie einen Weg vor, warum, wieso, weshalb, ob das Kind das so aus seiner Vergewaltigung stammt, aber es liegt, nein, muss ja nicht, aber ich meine jetzt gerade als Beispiel, wenn es so wäre und du entscheidest dich für einen Abbruch und dann kommt so ein Wesen und sagt so, na, 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 das war aber nicht so gut, ne, also dann denke ich mir so, naja, meine Entscheidung, klar, das kann auch jeder anders so sehen, das ist ja wie gesagt ein sehr skeptisches, sehr großes Thema. Finde ich ja ganz gut, dass ich ja zurück, weil das Thema eben so groß ist, diese drei Punkte rausgefischt habe, weil ich hatte eigentlich auch mir gewünscht, dass man, wenn man so diese drei, sag ich mal, Exoten im Nahtod-Bereich rausfische oder Fallbeispiele in dieser Richtung, dass man vielleicht dann, ja, wie soll ich sagen, der, der, der Krux der Wahrheit oder auf jeden Fall den Gedankenspiel so nahe kommt, was letztendlich der Nahtod ist. Eigentlich ganz gut, wenn wir so darüber jetzt reden, ähm, scheint ja der Plan aufgegangen zu sein. Ja, ich frage mich das nur, ne, weil einerseits, ich finde, wenn das so Nahtod, so ein liebevolles Wesen ist, kann ich das vollkommen verstehen und das finde ich, ist für mich auch, kommt irgendwie am ehesten dran, weil ich finde, so bedingungslose Liebe ist auch nur vorhanden, wenn auch bedingungslose Aufnahme und bedingungslose Akzeptanz da ist. Wenn aber dann irgendwo keine bedingungslose Akzeptanz da ist und deine Entscheidung angezweifelt wird oder dir dein schlechtes Gewissen eingeredet wird, finde ich es komisch, dann hat das für mich irgendwie wieder einen negativen Beigeschmack. das hat vielleicht auch letztendlich den Schulterschluss, wie wir Menschen das interpretieren. Ich meinte ja ganz am Anfang von unserem Podcast hier, dass am Anfang der Menschheitsgeschichte, als das Thema aufkam mit Nahtod und das scheint ja ein ständiger Begleiter zu sein, seitdem der Menschheit um sich und seine Umwelt Gedanken machen kann, dass er das ganz dicht bei Religion oder seine Interpretation von, ja, höheren Wesen und das Leben nach dem Tod halt zusammenbringt und das machte einfach letztendlich wahrscheinlich auch diese Sache aus, dass man sagt, dass so etwas Böse ist beziehungsweise man dann wahrscheinlich selber, also das ist jetzt meine Interpretation, wenn man sich selber so welche Gedanken macht, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, was man tut und das dann zum Beispiel jetzt im Nahtod, was man dann wiederum zurückwirft auf die Religion, ich hoffe, ich bringe das jetzt gut zusammen, wenn man das dann nahe bringt in seine Religion und das wieder zurückspiegelt auf sich dann in der Gegenwart, wenn man vom Nahtoderlebnis zurückkommt und das dann interpretiert im Kontext seiner Religion, dass man dann halt ja noch stärker an Gott, wenn das denn ein Gott gibt, das ist dann die nächste Frage, dann wären wir halt wieder bei Religion, deshalb ist das Thema ja auch sehr eng mit Engelserscheinungen, Lichtgestalt, zusammen, ja, ob das dann wirklich so etwas gibt oder wir das wieder interpretieren und dass es dann eine Mischung ist, unser schlechtes Gewissen, was wir vor dem Nahtod erlebt haben und dem, was wir dann kurz, ja, sag ich mal, zum Jenseits, zum Übergang Jenseits erleben, ob das dann übernatürlich ist und eine Gewissensfrage. Das ist gut, ich würde noch hinzu, also das finde ich gut, ist ein guter Gedanke und mein Gedanke wäre, also ich bin mir irgendwie jetzt total unschlüssig im Endeffekt, ich weiß gar nicht, was ich so denken soll, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann irgendwie auch vielleicht ein Gespräch mit dir selbst ist, mit deinem höheren Selbst, weil dein höheres Selbst möchte ja nur das Beste für dich und dein höheres Selbst würde dich vielleicht auch mal kritisieren, das würde vielleicht auch sagen, du, das war vielleicht nicht ganz so gut, was du gerade gemacht hast, denk doch noch mal darüber nach, also weil ich denke mir so, mein höheres Selbst, klar sagt man auch immer, es ist die beste Version von einem selbst, aber ich glaube, da ist Kritik auch mal möglich, wobei ich mir das bei so einem Lichtwesen, was bedingungslos liebt und Akzeptanz auf höchstem Level hat, da kann ich mir so eine kritische Äußerung, also die vielleicht auch irgendwie negativ behaftet ist, einfach überhaupt nicht vorstellen. Na, also. Aber das ist dann wieder meine eigene Interpretation, ja. Das Interessante ist, bei so welchen Berichten jetzt, ob man den Freitod wählt oder halt jetzt die Sache mit der Abtreibung, wo man dann halt ein Nahtoderlebnis hat, ist es ja nicht so eine Kritik, die direkt geäußert wird, also wirklich harte Kritik, sondern ist es so eine gewisse Monolog, äh, was heißt Monolog, aber so eine Kommunikation, die Interpretation, die die Menschen dann haben bei diesem Wesen. So. Das ist dann, weißt du, wie ich meine? Also das, was das Wesen ausstrahlt, ist ja immer noch diese, dieses, dieses Verständnisvolle beziehungsweise diese Liebe, aber die Interpretation, die die Menschen dann da haben, die sie wahrnehmen, ist dann vielleicht das, was sie kurz vom Nahtod dann wirklich sehr beschäftigt hat oder was dann wirklich der Mittelpunkt war ihres, ihres Gedankens. Und das ist dann die Interpretation, die sie dann vor Ort haben. Das ist ja immer so Absender und Empfänger. Das ist ja, ja, dieses psychologische Bild mal zu haben und das, das Wesen gibt zwar diese bedingungslose Liebe, aber auch diese, sagen wir mal Anzeichen zum Beispiel, dass man halt noch nicht alles erledigt hat, aber die Interpretation, dass man dann selber Gewissensbisse hat, hat ja der Mensch, der dann vor Ort ist bei diesem Wesen. Weißt du? Mhm, ja. So, ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Am Anfang des Podcasts habe ich ja, oder haben wir ja schon gesagt, das ist ja ein sehr großes Thema. Also, ich glaube, am Ende werden wir diesen, diese, eine, eine hundertprozentige Antwort auch nicht geben können, aber es ist schon sehr interessant, darüber zu diskutieren, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, es wäre wirklich hilfreich, wenn man jemanden hätte, der das erlebt hat, weil dann könnte man eben mit Löchen, mit Fragen bombardieren, Löchern und dann irgendwie auch so mal Fragen stellen, wie hattest du dann ein schlechtes Gewissen oder hattest du das Gefühl, dass du mit dir Selbstgespräche geführt hast oder sowas, ne? Ja. Dass man das dann einfach meinte, weil man kann sich das selbst immer so schlecht vorstellen und man selbst interpretiert wirklich immer seine eigenen Gefühle rein in so Sachen. Immer seine eigenen Ansichten, seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Gefühle und dann hat man immer so Vorstellungen und das kann sich aber natürlich komplett mit dem, mit dem Fakt, mit dem, was tatsächlich ist, ja komplett unterscheiden, das ist wie Menschen ja Farben auch unterschiedlich sehen, während der eine sagt, das ist blau, sagt der andere zykis und das andere ist dann wieder grün und das ist eben so, jeder hat ja da auch total unterschiedliche Auffassungen, klar kommt auch mit den Augen wieder im Zusammenhang, aber auch da ist es ja nicht falsch, wenn derjenige das blau sieht, dann ist das für ihn blau, weil er so und so viel, ich weiß gar nicht, wie viel sind das, jeder normale Mensch hat doch drei, mir fällt das Wort nicht mehr ein, auf den Netzhaut, aber es gibt ja auch manche, die haben vier und wenn der das blau so sieht und der das so, dann ist ja beides richtig, für sich selbst ist das ja richtig, weil der nur zwei oder drei oder vier auf der Netzhaut hat und er es so sieht, ist es ja für ihn richtig, das bedeutet, wo ist dann die Realität, wenn die Realität eigentlich abhängig von dir selbst ist, oh jetzt werden wir poetisch, das finde ich gut. Also ich denke schon, dass es elementar wichtig ist so für eine Gesellschaft, dass man sich an gewisse Fakten hält, also ich möchte jetzt politisch werden, aber sagen wir mal biologische Fakten und da endet ja ganz schnell der Bereich von das kannst du dir frei aussuchen und das interpretieren, das ist meine Meinung, weil letztendlich, wenn jeder sich so interpretiert, wie er ist und das sollen andere dann irgendwie akzeptieren, sind wir ganz schnell in so einem Bereich, wo wir kein Verständnis mehr gegenüber anderen oder miteinander, also ein normales Zusammenleben ist nicht möglich, wenn alles belanglos ist und jeder es sich aussuchen kann, aber Geist und Interpretation und Moralverständnis zum Beispiel oder halt auch Philosophie, sag ich mal Sinn des Lebens, da sind wir ja dann eher schon wieder beim Nahtod-Thema, ist ja etwas, was dann jeder, wenn man so, also jeder, der so ein Nahtoderlebnis hatte, dann für sich ja umsetzt. So als Schnittmenge haben wir ja wirklich, dass es lebensveränderte Situationen ist, eine lebensverändernde Erfahrung, wo Menschen wirklich ihr Leben umkrempeln, sagen wir mal, hat oder auf jeden Fall zum positiven Umändern mit einem ganz anderen positiven Vibe gegenüber seinen Mitmenschen. So, genau. Man wird empathisch. Ja, man wird empathischer, weil man, also genau so wie du sagst, weil man ja halt wirklich die Situation hatte, kurz vor, ja, vor der Planke zu springen, sag ich jetzt mal auf Norddeutsch. Ähm, das ist, ja, das ist halt einfach eine lebensverändernde Situation, weil das vergisst man ganz schnell im Alltag, das Wesentliche. Das Wesentliche für das, ja, wofür es sich vielleicht zu leben lohnt. Und wenn man dann halt so eine Nahtoderlebnis hat, wird man reduziert auf das Wesentliche, weil man ja im Begriff ist, das zu verlieren. Oh, jetzt werden wir wirklich richtig hier poetisch, philosophisch. Das finde ich gut, ich mag das. Ja, das ist ja das, was ja die Leute berichten. Es ist einfach der Verlust von Kontrolle im positiven Sinne und das Zurückführen in die Gegenwart, was etwas ernüchternd ist, aber man hat ja dann wirklich die Macht, sein Leben positiv umzuändern. Das ist ja wohl, glaube ich, die Lehre. Und bewusst zu leben. Ja, genau. Also kann man auch abschließend sagen, Nahtod hat eigentlich wirklich, wie ich schon vorher mal meinte, eigentlich immer was positiv behaftet. Das ist doch im Endeffekt auch, ist es im Endeffekt nicht eigentlich auch egal, ob es von außen oder innen kommt, solange es positive Auswirkungen auf dich hat? Ja. Wie mit dem Placebo vielleicht auch Effekt. Wenn du dadurch gesund wirst, ist es dann nicht komplett egal? Es könnte nur sein, dass es von außen wichtig ist, damit die Leute wieder kritisieren können, damit sie von außen wieder sagen können, es ist doch nur ein Placebo gewesen. Aber wenn es für dich geholfen hat, ist es doch eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Ja, der Mensch ist halt ein Rätsel. Jetzt kommen wir etwas vom Thema ab, aber es gehört auch mit dazu, halt bei Religion. Also ich bin schon der Meinung, so dass man nicht unbedingt Religion braucht, um ein guter Mensch zu sein. Man sieht ja auch, dass Religion Stifter sein kann für Konflikte. Aber es schadet ja nicht, wenn man wirklich Religion positiv stiftend hat, um positiv schaffend zu sein für seine Umwelt. Dann kann es ja nicht schaden. Aber wenn es dann extremistisch wird, dann ist es nicht gut. Ja, wie in allen Bereichen. Der Mensch ist halt zu den Schlimmsten und zu den Besten fähig, aber letztendlich entscheidet er selber für sich, was er denn daraus macht. Welche Seite er betreten möchte. Genau. Und der Nahtod scheint da ein gewisser Einfluss zu sein, dass die Menschen universell dann eher positiv werden als negativ. Also mir ist auch kein Fall bekannt, wo plötzlich ein Mensch schlecht wird durch eine Nahtod. Nee, mir auch nicht. Lass mich gerne belehren, aber habe ich noch nie von gehört. Nee, ich auch nicht. Also ich habe auch immer nur Positiv. Das finde ich doch dann eigentlich im Endeffekt ist auch ein schönes Schlusswort. Dass wir positiv rausgehen, dass es immer positiv zum Positiven bewirkt hat und dass man über die Weise, wie und warum es so ist, ja eigentlich weiterhin so lange bis aufgeklärt ist, spekulieren kann. Aber eigentlich habe ich jetzt noch eine Sache vergessen. Das ist jetzt etwas ernüchternd. Nein, das war jetzt gerade so gut. Nee, weil wir haben ja vergessen, dass ja sonst unterstellt man uns nachher, dass wir nicht wissenschaftlich sind. Es gibt ja auch den Vergleich noch zu den... Behaltet dieses schöne Ende, was ich gerade gemacht habe, immer im Herzen und im Kopf, Leute. Es ist wirklich gut, aber wir müssen jetzt noch einmal Mitte der Wissenschaft um die Ecke kommen. Es wird nämlich neben, dass es gewisse neurologische Studien gibt, auch klinische, die ja wirklich auch angeleitet und auch unterstützt werden und auch finanziell unterstützt werden, halt auch die Theorie, dass ein Nahtoderlebnis ähnlich ist wie die Betäubung, also Narkotisierung durch Ketamin, dass Menschen auch ein außerkörperliches Erlebnis haben. Ich würde den Unterschied ziehen, weil ich konnte dazu jetzt keine Belege finden, dass es dann direkt ein Nahtoderlebnis ist, sondern ein außerkörperliches Phänomen, also dass man den Körper auch verlässt. Astralreisen wieder. Genau. Hinzu kommt, dass die Leute dann auch so ein flügeltes Gefühl haben, was aber für mich wieder darauf schließen lässt, dass, also es hört sich jetzt blöd an, ich will das jetzt hier nicht relativieren, aber dass die Menschen high sind, den Körper verlassen und über sich schweben, würde ja wieder darauf schließen, weil es ja diese Parallele hat, die man ja zusprechen muss mit den Ketamin, der Narkotisierung, dass es ja auch diese Vorgänge im Gehirn sind, die dann beim normalen, in Anführungsstrichen, wenn es überhaupt einen normalen Nahtod gibt, dass es diese außerkörperliche Erfahrung ist, die sich da auch chemisch im Kopf abspielt und dann aber auch zum Nahtod wirklich wird, halt mit diesen Phänomenen, mit dem Tunnel voll Licht und dem Wesen am Ende des Tunnels. Das ist jetzt etwas ernüchternd, tut mir leid, aber ja. Interessant ist ja auch, dass die Zeugen immer alle unabhängig voneinander meist dasselbe berichten, ne? Also das kann man auch sagen. So und jetzt, was haben wir jetzt für ein schönes Ende? Das ist, ja, jetzt bleibt es halt wieder offen, also im Endeffekt, ne? Schaut selbst, was da rauskommt bei euch. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare, also, ja. Was denkt ihr? Außer, kommt es vom Außen, kommt es von Innen? Wie erklärt ihr euch das? Was ist für euch die beste Erklärung? Ist es tatsächlich Sauerstoffmangel im Hirn? Ist es Einbildung, Illusion oder ist es das höhere Selbst oder ist es doch ein Lichtwesen oder was glaubt ihr? Ist das ein chemischer Prozess oder ist das etwa über natürlich? Weiß das nicht, ich kann das gar nicht sagen. Ja, wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und man sieht einfach, erstmal nochmal ein kleines Entschuldigung, dass dieser Podcast etwas lange auf sich warten lassen hat, aber wir haben ja schon mal ab und zu mal zu erkennen gegeben, dass wir momentan privat etwas, sagen wir mal, ausgelastet sind und vielleicht werden wir auch den nächsten Podcast in einem kürzeren Zeitabstand aufnehmen. Aber versprechen tun wir nichts, weil das ist ein freier Podcast und das macht ja auch irgendwo das freie Gespräch aus, dass man sich vielleicht etwas Zeit lässt und dann halt auf Gedanken kommt, wie in diesem Podcast, die doch sehr ertragreich sind. Punkt. This is the end. You know? Also, das war's von uns. Wir stimmen um das nächste Thema nächstes Mal ab im Community Tab, seid dabei. und wir freuen uns. Bis dahin. Schauen wir mal. Euer MF-Team. Genau. Schön mit Öl.